Willkommen bei Modern Hobby. Während ihr hier meine Cosplayer seht, Harley Quinn war da, das Fragezeichen war da und natürlich der Joker war da. DC Comics. Wir haben leider noch nicht die DC Comics als Figuren hier, aber es ist gerade mit der Post schon was gekommen. So sollte es sein. Es ist nicht so einfach bei Amazon zu bestellen, weil manchmal immer falsch angesagt wurde. Letztens hat man uns das geschickt. Wir wollten die auch haben, aber wir wollten die so haben. Frisch aus Japan. Wer umrechnen kann, weiß wie teuer die Figur war. Keine Ahnung. Irgendwann mit 1500 Yen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ist auch hundertstelle unterschrieben in Japanisch. Ist also frisch aus Japan hier eingetroffen. So muss man gucken, ob ich eine deutsche Rechnung bekomme. Ansonsten habe ich Pech. Wunderbar eingepackt. Sieht auch klasse aus. Von der Firma Bandai persönlich. Und es stand auch so. Ich meine, Japanisch kann ich nicht, aber ich bin davon ausgegangen, dass das so ist. Die anderen habe ich schon eingepackt. Die wollte ich nicht. Ich will die nicht zusammenbauen. Ich möchte die fertig haben. Ich möchte die fertig haben. Ich würde hoffen, dass das Licht richtig gut eingeblendet ist. Derweil spöken die anderen da unten noch rum. Ja. Der sieht klasse aus. Mit Ersatzhände. Hat also Ersatzhände. Und mehrere Waffen. Und das ist das Score Trooper. Der sieht dann so aus. Also sowas gefällt mir. Sowas macht mir Spaß. Auch anzubieten für meine Kunden. Natürlich müssen die Kunden mögen. Gestern und vorgestern war ja die Dokon. Da konnte man sicherlich diese Figuren dort bekommen. Gehe ich von aus. Ansonsten werde ich nachfragen. Ich werde heute sicherlich noch mehr Figuren bekommen. Deswegen habe ich die Kamera scharf geschaltet. Es ist heute richtig was los. Es war Montag. Aber seit 9.30 Uhr ist von der Telekom... Ach, wer hier alles... Jetzt hat sogar einer getwittert. Einer sogar von den Bayern München. Er ist Mersacker. Ja, der Mersacker hat... Ja, Mersacker von den Bayern. Hat mir da gerade erzählt. Aber darum geht es ja nicht. Mir gibt es darum, um die Figuren, die ich euch vorstellen möchte. Und dieses Modellbau. So, Modellbau. Hier könnt ihr ein paar Auszüge sehen vom Modellbau. Wir haben da ein Motorrad. Militärmotorrad. Von 1938 wurde es gebaut. Mal versucht, es zusammenzusetzen. Es wird sicherlich noch schöner. Das ist jetzt schon mal so ein Ansatz. Kann man schon mal sehen. Der Weihwagen hat schnell funktioniert. Nur mit dem Motor hapert es ein bisschen. Weil da steht nichts. Also da steht immer eine Nummer. Die findet man nicht. Auf dem gesamten Displayrahmen sind drei Displayrahmen und die Reifen extra und die Schläuche sind extra. Aber überhaupt nicht. Man findet sie nicht. Keine Nummer. Also man muss wirklich suchen, suchen, suchen. So. Aber ist schön. Dieses Hobby ist schön. Weil man taucht ein und man braucht Stunden, bis man fertig ist. Und wenn man dann das Ergebnis sieht. Heute Abend muss ich erstmal Farbe oder beziehungsweise sobald ich Zeit habe, muss ich mir Farbe besorgen für das gute Stück. Dann muss ich das noch anmalen. Beziehungsweise gut hinbekommen. Dann denke ich mir noch aus, ob das ins Diaram fällt. Das heißt also irgendwie anders aussehen wird. Oder als ohne Gebrauchsspuren, also mit Gebrauchsspuren in Szene setzen. Nun. Nun. 1 zu 9 passt doch nicht zu 1 zu 6. Ich nahm an. Das wäre, würde klappen. Aber die 1 zu 6 Figuren sind doch ein bisschen zu groß wie diese 15 cm Figuren. Die würden jetzt auch nicht reinpassen. Ich müsste jetzt mal gucken, ob es auch 1 zu 9 Figuren gibt, damit das irgendwie passt. Ansonsten wird das Motorrad irgendwie in irgendein Diarama verschwinden. Wird dann halt so alt gemacht, dass es gerostet ist und so weiter und so fort. Denke ich mir halt noch aus. Ist halt noch nicht fertig. Ich habe jetzt mit diesen 1 zu 9 angefangen, weil 50 Jahre ist das schon her. 50 bis 55 Jahre ist das schon her, wo ich zum ersten Mal und sehr lange als Jugendlicher gebastelt habe. Jetzt fange ich wieder an. Und ich fange deswegen an zu basteln und auch zu sammeln. Gute, verdammt gute Figuren. Das ist die sogenannte Rogue One. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie in einer so tollen Verpackung, dass sie in so einer tollen Verpackung ankommt. Ich hätte nie gedacht, hat seinen Preis. War nicht günstig. 49,95 hat das gute Stück gekostet. Dass ich das jetzt für das Geld nicht verkaufen kann als Unternehmer, ist klar. Ich sammle ja wie gesagt selber. Und diese Figur sieht einfach klasse aus. Es kommen noch andere. Es kommen alle von ihm. Wie gesagt, da ich ihn ja jetzt habe, kann ich die anderen zurück, weil die wollte ich jetzt nicht zusammenbauen. Das bekomme ich nicht hin. Ich habe mir das angesehen, das ist so dünn. Ich habe zwar Pinzetten jetzt, ich habe Lupen, alles dran, aber nein. Morgen, Grüße. Ist frei. Nein, nichts. So, da wurde ich eben unterbrochen. Ja, ich wollte an sich hier auf dieses Hobby eingehen. Was wir jetzt machen, wir, also diese Sachen werden ja auch im Schaufenster ausgestellt werden. Wir werden also 1 zu 6 ausstellen. 1 zu 32, 35, 1 zu 16. Gut, das Motorrad 1 zu 9. Das geht jetzt irgendwie erstmal bei mir privat unter. Werde ich mal schauen, was ich damit mache. Ich habe ja jetzt genügend Bastelmaterial besorgt. Und wie gesagt, ich zeige euch auch gleich, wenn die neue Ware kommt. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, ganz viele Filmfiguren und Theater gibt es seit 2010. Und jetzt habe ich halt es nochmal ins Leben gerufen, in Modellarbeit, also richtig mit Modellarbeit. Und dann, wie gesagt, zeige ich euch die Modelle. Wie gesagt, mit 1 zu 9 nochmal angefangen, um wieder reinzukommen. Um nachher auch in den Filigranen arbeiten zu können. Also von der Figur bin ich hellauf begeistert. Die gefällt mir richtig gut. Jetzt hat der Kunde mich abgelenkt. Jetzt habe ich sie verbummelt. Ich will hoffen, dass ich sie wieder finde. Wäre schade drum. Wären wir eben so 50 Euro weg. Das ist ja nicht so gut. Ne? Ist klar. So, also wie gesagt, es geht hier ums Hobby. Auch wenn wir das hier während der Arbeit irgendwann anbieten werden. Wir werden also während der Arbeit irgendwie so eine Hobby-Ecke aufbauen. Wo die Leute die Hobby mögen und selber basteln möchten. Und auch Tipps und Tricks haben möchten, wie man was verändern kann. Wird hier vor Ort gemacht. Und auch videotechnisch wird das sicherlich demnächst auf Leinwand gebracht. Wie ich das auf Leinwand bringe, weiß ich noch nicht. Ich arbeite schwer dran, daraus diesbezüglich was Schönes, was Gutes zu machen. Wie ich es mache, weiß ich noch nicht. Ich arbeite dran. Ich freue mich, wenn er dran bleibt. Hier beim Modelsport und Spiel. Sport nicht, aber dieses Modell-Hobby. Modell-Hobby und Spiel. Da irgendwie mitzumachen. Vorhin habt ihr ja die DC-Leute des Comics gesehen. Daran muss ich noch arbeiten. Ich habe sehr viel zu tun im Moment. Und ja, trotzdem mache ich noch zwischendurch solche Videoclips. So, wie gesagt, eine ganze volle Stunde war hier richtig was los. Ja, richtig was los. Eine komplett volle Stunde. Und auf eine Art ist man auch stolz drauf, dass man diesbezüglich noch gebraucht wird. Auch im Modellbereich, im Hobbybereich, beziehungsweise auch Servus. Ja, jetzt werde ich mal recallen, wie die Leute die sogenannte Do-Con gefunden haben. Ich hatte leider keine Zeit. Ich muss jetzt ein Jahr warten, überhaupt auf irgendwelche Do-Cons zu kommen. Ich freue mich auf Weihnachten in 5 Monaten. Da kommt 140 Tage. In 140 Tagen kommt E8. Darauf freue ich mich auch. Ja, und dann sehen wir uns ja weiter. Also 140 Tage haben wir Zeit. Mal schauen, wie viele Videoclips da noch gebracht werden. Mit Hobby, mit Star Wars und wie gesagt, mit Comic und den Leuten. Also es macht mir viel Spaß. Alle, die in der Nähe sind und irgendwelche Ablichtungen brauchen, irgendwelche Specials brauchen für ihre Bekleidung, die Bekleidung besser ins Licht rücken zu können, sagt Bescheid. Wir sind da. Wir machen sowas. Wir machen Aufnahmen aller Art und Film aller Art und binden das dann in irgendwelchen Storys ein. Also bis dahin, bis zur nächsten Sendung oder bis gleich. Je nachdem. Ich weiß nicht, wann die Ware kommt. Soll die Ware frühzeitig kommen, mache ich diesen Videoclip weiter und dann ansonsten ein andermal. Na, also, danke. Hätte euch gerne die Figuren gezeigt, aber Amazon überprüft ein riesen Rufzeichen. Ihre Ware ist uns abhandengekommen. Toll. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Amazon auf. Ja. Seit einer, über einer Woche haben wir Schwierigkeiten mit der Firma Hermes, die die Ware nicht abholt. Ja. Zum ersten Mal haben wir ja auch Ware zurückgesendet. Es ist ja auch Urlaubszeit. Viele Kunden haben bestellt und haben gesagt, nee, so sollte die Ware nicht sein. So war sie nicht präsent. Die sollte anders sein. Also schicken wir die natürlich dann zurück. Wie das so ist, Kleber drauf. Haben wir uns für Hermes entschieden. Warum auch immer. Hätten wir wohl nicht machen sollen. Und bis heute nicht abgeholt. So, jetzt sagt dieser Hermes-Fahrer da, ihr Paket ist uns abhandengekommen. Dieses Paket sollte an sich schon Freitag kommen. Ähm, an sich hätte ich auch nichts gegen gehabt. Wenn heute gekommen wäre, auf dem Montag, Samstag, war ja auch extra geöffnet. Dafür ist ja aus Japan mit der normalen Post die sogenannte Figur gekommen, die ich vorhin gezeigt habe. Die sogenannte Rook, wo war ein, Squarewolf-Figur. Jetzt kommt noch der Panzerkommandant von Scaris. Äh, weiß ich nicht. Also jetzt kommen reichlich Bandai-Figuren von Bandai selbst. Aber die sollen erst Ende August erscheinen. Warten wir drauf. Nur diese Waren-Sendungen, die jetzt abhanden waren, über 80 Euro. Das sehe ich nicht ein. Deswegen sofort Amazon angerufen. Amazon gefragt. Und, ähm, ja, die schicken halt morgen Ersatz. Ich glaube, es wird mich überraschen. Kann sein, dass ich dann morgen noch einmal einen Videoclip machen werde. So, jetzt zeige ich hier nochmal, ähm, die, äh, Cosplayer. Also ihr seht hier die Cosplayer, die am Samstag hier waren. Die DC hat mir unheimlich gut gefallen. Für diese, für diese drei mache ich dann noch ein, äh, Special fertig. Ähm, ihr könnt auch solche Aufträge. In Auftrag geben. Wir machen sowas. Wir zeichnen auf. Wir machen Bilder. Und ihr könnt dann selber damit arbeiten. Oder aber wir bearbeiten es. Machen daraus irgendwas Specialiges, was ihr benötigt. Für irgendwelche Auftritte. Oder egal, für was auch immer. Also mir hat es gefallen. War eine wunderschöne Geschichte. Die Dokon ist auch zu Ende. Und wie gesagt, die Figuren, die ich zeigen wollte, sind abhanden gekommen. Wenn ich Glück habe, kommen die Figuren. Also morgen wieder, möchte ich hoffen. Ja, und dann schauen wir mal. Und, äh, wenn die Ware halt nicht abgeholt wird. Ich habe bis zum 30.08. Zeit, die Ware umzutauschen. Äh, dann dackele ich irgendwo hin und gebe die ab an irgendeinem Hermes Service Center. An sich kein Thema. Weil nebenan ist ein Hermes Service Center. Aber leider ist dieser beschlossen. Ich muss jetzt eine halbe Stunde länger laufen zu einer anderen Bude. Will hoffen, dass die auf hat. Dann gebe ich dort halt, dort halt, die Figuren, beziehungsweise die Pakete ab. Aber, so, das war's. War nicht viel. Ob heute noch Ware kommt, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte zwar nachgeguckt, aber, wie das so ist, Pakete gehen abhanden. Die kommen, wann sie wollen. Äh, ist nicht mehr so, wie es war. Amazon war am Anfang, äh, nicht schlecht. Aber, naja. So ist also mal mit dem Online-Einkaufen. Egal. Gehen wir schon hin. So. Wie gesagt, eine Sendung ist abhandengekommen von ziemlich großen. Aber egal. Äh, laut Amazon wird nachgeliefert. Morgen, so ist Amazon. Ähm, Amazon könnte sich an sich splitten. Einmal für Business- und Firmenkunden, dass es da schneller läuft. Und einmal für Normalkunden, die auch tagtäglich in der Welt sind. ihre Tickets hier ausdrucken, um die Ware zurück zu senden. So, ich hab zwei Überraschungsboxen. Ich hab also eine Menge bestellt. Also von der Star Wars-Figur, Scaris, äh, war ich wirklich, äh, erfreut. Die sieht stark aus. Ob ich sie jemals verkaufen werde, weiß nicht. Vielleicht sammle ich sie mittlerweile selber. Ich weiß, was jetzt kommt, ist nicht in aller Freundschaft, aber egal. Wow. Okay. Wir haben ja auch die Militärfreunde hier, Toro. Ja. Also, das sieht schon klasse aus. Ist angekommen. Wie gesagt, wird nicht verkauft. Das sind unsere Ausstellungsstücke. Das sind unsere Ausstellungsstücke, die da nach und nach hier eintrugeln. Das haben wir ja noch, nehme ich mal hier raus, während die da am rumtoben sind. Ähm, also es macht schon Spaß, mit DC zu arbeiten. Ja, super. Also, alle Figuren von Toro werden jetzt erstmal gesammelt. Da kommen wir um die 30 Euro. Ähm, somit haben wir jetzt drei Stück schon mal. Zehn hatten wir bestellt. Deswegen, das sagt sich ja, fand ich nicht so lustig, als Ausgänge. Die teure Version, die sind 290 Euro, ähm, bei 10 Stück, ähm, abhandengekommen ist. Ich bin gespannt, ob die morgen dann kommt. Die Waage. Wie gesagt, angeblich abhandengekommen. Ist ja aber dasselbe, ähm, Logistik-Forum, dasselbe Logistik-Center. Sind genau die Figuren, die abhandengekommen sind, äh, sind jetzt doch gekommen. Ist schon ein bisschen merkwürdig, ähm, was da passiert ist. Aber egal. Mir gefallen die Toro-Figuren. Ich selber bastel ja auch. Und, äh, ob das alles so funktioniert, das Basteln, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und, äh, ja. Helmut Russell ist da. Und Gerhard Bergmann ist da. Gut, der andere weiß ich nicht, wie der heißt. Insklare 10 Stück kommen. Ich fange dann, sobald die alle da sind, mit dem Diaramen an. Werde das Diarame auch euch zeigen. Das ist die Version 1 zu 16 mit dem großen, den ich hier schon stehen hatte, Tiger 1. Das ist die sogenannte Tiger-Besatzung, die ich jetzt bestellt habe. Damit das, damit das danach was aussieht. So, dann muss ich gucken, ob ich Ruin finde in der Größe 1 zu 16. Ich hatte schon einen Kollegen nebenan, zwei Häuser weiter. Reine spielbaren Fachgeschäft. Ich dachte so, ah, ein bisschen groß, ne. Ja, sag ich. Muss ja irgendwie passen. Ansonsten muss ich selber Hand anlegen, mit Styropor arbeiten, daraus ein Haus bauen. Ob ich dann die richtigen Scheiben in den richtigen Größen finde, das ist alles so eine Sache. Aber irgendwie wird mir ja was einfallen. Es soll ja auch erst zu Weihnachten fertig sein und nach und nach, ne. Also 1 zu 16 klappt und 1 zu 6 klappt. Mit 1 zu 32 und 1 zu 35, das hadert noch. Das klappt noch nicht so. Aber die Versionen hier klappen ja wenigstens. Und die sehen ja auch nach was aus. Ja, falscher Mieger. Ne, obergefreit ist das. Und der andere sage ich aus Sicherheitsgründen nicht. Oberstaatsführer. Schlimm, schlimm, schlimm. Außer war der in der damaligen Zeit. Egal. Wir machen hier unsere Diaramen. Wir machen unseren Modellbau. Wir freuen uns, wenn der mitmacht. Jetzt versuche ich das Wahnsinns Motorrad zu bestellen. Ein Riesenmotorrad. Ja, damit die 1 zu 6 Figuren da mit einer richtigen Maschine durch die Gegend eiern. Stalag 17, der Spielfilm. Ich rede immer nur von Spielfilmen. Ich rede nicht von der richtigen Realität. Ich rede jetzt nicht von Adolf und Co. Sondern ich rede von den Spielfilmen mit Tom Hanks. Ja, den anderen Schauspieler, der hat bei Friends mitgemacht. Ich kenne seinen Namen nicht so. Aber der hat bei Friends lange Zeit mitgemacht. Auch in dem Film. Und zwar Ryan. Der Soldat Ryan. Und ausgerechnet gestern wollte ich ihn sehen. Den Film. Sagt dem Kunde gerade. Ey, der lief doch auf Zeit 1. Ziemlich spät nach Indiana Jones. Sag ich. Toll. Ich wollte ihn wirklich sehen. Ich habe immer in der Videothek gesucht. Gesucht. Schätzungsweise habe ich ihn doch irgendwie verkauft. Weil ich habe auch viele gute Filme schon verkauft. Steiner war dabei. Die Brücke von Arnhem war dabei. Wie die alle geheißen haben. Die sind alle weg. Ist klar. So, jetzt stehen die Figuren einsam hier rum. Die sollen aber mit Filmen verkauft werden. Und da ich ja Tom Hanks da habe. Wie gesagt. McDamon. Ist ja der Ryan. Den brauche ich noch. Also McDamon brauche ich noch. Also als diesen Soldat Ryan. Den Tom Hanks habe ich schon da. Und jetzt kommt noch der GI. Beziehungsweise MP. Mit seinem Motorrad. Und dann kommt noch der Funker. So, dann diese Thematik nach dem Film. Dahinter kommt ein Monitor. Ja doch, Monitor. Greenscreen lohnt sich nicht. Monitor. Und dann werden da so Sequences von dem Film gezeigt. So war das meine Idee. Ob die Diaraben ankommen, weiß ich nicht. Ich meine, heute haben wir 30 Grad. Und die Sonne knallt mal wieder da rein. Kylo Ren wird da beschienen ohne Ende. In seiner schwarzen Kluft möchte ich nicht wissen, wie warm die Figur ist, die da jetzt im Schaufenster 1 zu 1 steht. Da stehen auch noch zwei andere da. Darth Vader und Captain Rex steht da. 1 Meter groß im Schaufenster. Und die kleineren 30 Zentimeter stehen hier im Schatten. Okay, das war das von heute. Ich glaube nicht, dass noch mehr Ware kommt. Wenn doch, schalte ich nochmal ein. Ansonsten war es das. Also wenn ich jetzt gleich nochmal entscheide, dann seht ihr ja, dann habe ich noch mehr Ware bekommen. Ich warte ja wirklich auf Wahnsinnsware, die extra hergestellt worden ist für die Diaraben. Kinderrahmen für 1 zu 6. Da sind wir ja gespannt, an wann die Figuren eintrudeln. Wenn sie eintrudeln. Soll er unterwegs sein. Ja, keine Ahnung, wie die Post braucht. Von Oberursel bis hierhin zur Stadt Essen. Also, wenn ich wieder einschalte, bin ich wieder da. Wenn nicht, dann war es klar. So, ich habe also keine Ware bekommen. Die Ware, die ich euch gezeigt habe vorhin, war ja Scarif. Ich hoffe, einen anderen Tag. Dann mache ich nochmal ein Video darüber. Ihr habt sicherlich auch solche Probleme. Also, ein Teil geht zurück, weil ich bin damit nicht einverstanden. Da muss man sich obendrein noch beschimpfen lassen von demjenigen, welchen, der da bei Amazon seine Ware dort verkauft. Ja und, also die Ware kam also schon deflash an. Also, das heißt also, der Karton war schon deflash. Ich habe jetzt hier einen neuen Karton ausgesucht, der also einigermaßen besser geschützt ist, damit die Ware auch wirklich beim Absender wieder ankommt. Ja, heute hat, wie gesagt, eine Firma nach einem Jahr, ich habe vor einem Jahr eine Figur bestellt, war immer verzögert, ist klar. Als Kleinster, der Klein, dann bekommt man die Figuren natürlich nicht so, erst kriegen die Großen, die Figuren. Aber für 239 Euro im Einkauf, kauft mir keiner später für 299 einen Kabuki, wer heißen die Dinger, Kotobukiya, Kotobukiya-Figur. Aber ich glaube nicht, dass ihr für 299 Euro den Yoda kaufen würdet. Also, die gingen dann postwendend zurück. Die habe ich halt nicht angenommen. Die ist für mich neu. So weit nehme ich nicht an. Und, ja, schauen wir mal, die geht zurück, ob das noch klappt. Also, mit Amazon hat man hin und wieder doch ein bisschen Ärger. Hat ein bisschen schwer nachgelassen. Auch, ich meine, die Ware kommt pünktlich durch Amazon, ist klar. Aber dann wurde sie nicht abgeholt. Über eine Woche gewartet. Wirklich, sieben Tage gewartet. Hat sie nicht bewegt. Heute konnte ich die Gott sei Dank bei einem Shop abgeben, Paketshop. Das heißt, also, ich warte jetzt nochmal 5 bis 7 Tage, bis dieses Geld gut geschrieben wird. Aber auch egal. Ich passe also jetzt schwerer auf, Figuren einzukaufen. Ich passe jetzt also schwerer auf, bei Amazon einzukaufen. Weil manches ist halt falsch. Manches wird falsch geliefert. Steht 6 Inch. Ja. 6 Serie etc. pp. Und dann kommt plötzlich ein Bausatz. Dann ist die, wie gesagt, ist das ein Bausatz. Und auf Bausätze hatte ich jetzt, wie gesagt, keine Lust drauf. So, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich habe da eingeblendet den Auftrag der DC-Leute, die bei DC-Leute, die bei DC-Leute, und dann habe ich euch gezeigt, wie jetzt an einem Motorrad 1 zu 9 auch gearbeitet wird. Und da schauen wir mal, was dabei herauskommt. Andere Sachen, die da demnächst kommen, werden dann euch auch gezeigt. Da kommt tolle Ware. Mal schauen, ob Weihnachten da jemand auf dieser Ware zugreift, diese Ware toll findet oder nicht. Also dann, macht's gut, tollen Abend, schöne Woche und den Rest Sommer. Da bin ich wieder neu, unbürokratisch, ruckizuck, kommt die Japan-Post mit der Deutschen Post an. Ich habe schon ausgepackt, weil ich gerade einen Kunde hatte, der fleißig Star Wars eingekauft hat. Und deswegen musste ich ihm natürlich diese Figur auch sofort zeigen. Die kosten einiges, die gebe ich jetzt nicht so unterm Preis ab. Gute Kunden, die irgendein Geburtstagsgeschenk brauchen, kriegen immer Star Wars verdammt günstig. So, ist das nochmal. So, und jetzt hier, BAM! Die nächste Figur aus Japan von Bandai. Ja, Edelversion. Ich weiß nicht, das blendet natürlich. Jetzt versuche ich das immer eher so zu zeigen. Das ist also die zweite. Die erste habe ich euch ja gezeigt. Das ist Combat Assault Tank Commander. Combat Assault Tank Commander aus Star Wars Loop 1. So, die zweite Figur. Bei Amazon hat man ja immer ein bisschen Pech. Also die ist hier voll beweglich, spitzenmäßig verarbeitet. Die haben immer Zusatzhände. Man kann also die Themen verändern. Man kann also, man könnte damit wunderbar spielen, wenn man wollte. Aber so sollen die ankommen, zu dem Preis. Einige haben wir bestellt gehabt, die genauso geschrieben werden, wie die hier. Six Inch, Klammer auf. Und dann dieses ganze Japanische. Zeige ich euch auch. Ich finde es immer super toll. Also, wie gesagt, Japan Post mit Unterschrift. Japan Post mit Unterschrift. Und dann mit der deutschen Post weitergeleitert. Jetzt muss ich denen natürlich schreiben, dass ich die Originalware brauche. Also, habe ich gerade ausgedruckt für die andere Figur. Brauche ich ja dann für Deutschland die richtige Rechnung, damit ich das abrechnen kann. Damit die Buchhaltung richtig rechnen kann. Also, ich habe also auch bekommen, den Combat Assault Tank Commander. Also, mir gefallen die von Bandai. Ja, ich bestelle die immer dann, weil Bandai hat seinen Preis. Deswegen sage ich ja so einfach, werde ich die dann nicht verkaufen. Ist klar. Ja, werde ich dann nicht verkaufen. Aber schon mal ausstellen. So, Punkte Ausstellung. Ich habe mir den nochmal nachbestellt. Der ist mir irgendwie abhandengekommen. Auf der Suche nach Soldat James Ryan. So, Soldat James Ryan. Ich habe also die Originalfigur schon da. Und da unterbreche ich. Ja, komme ich dran. Ein paar Sekunden warten. So, ich darf vorstellen, Ditko. Ditko macht die Originalfiguren Tom Hanks zum Beispiel. Tom Hanks in dem gleichneiligen Spielfilm der Soldat Rain. Äh, Quatsch. Doch, Ryan. James Ryan. James Ryan werde ich ja auch noch bestellen. Ich werde auch das Motorrad schon unterwegs. 1 zu 6. Dann kommt auch der MP Sergeant, den ihr aus The Friends kennt. Seinen Namen kenne ich jetzt nicht. Wenn einer sofort weiß, wen ich meine. So, das ist Tom Hanks. Grüße euch. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Ach, man schlägt sich durch. Was braucht er? Nein, es soll noch mal schauen. Ach, er wollte nur schauen. Okay, dann möge er schauen. So, wurde leider unterbrochen, weil ich jetzt wieder unterbrochen werde. Fangen wir nochmal an. Also, wie gesagt, ein Kunde. Das machen wir ja. Sucht er alle 7. 8 können wir ihm auch bestellen mit Auto. Und seht, er hat. Habe ich ihm zurückgelegt. Kriegt er, holt er sich am Freitag ab. So, wir machen ja solche Ideen. Wir bieten das ja auch an. Ich war ja vorhin auch unterbrochen worden mit ihm hier. Mit, das soll sagt, James Ryan. Zufälligerweise wollte ich mir den ansehen. Hatte den aber nicht mehr gefunden. Schätzungsweise hatte ich ihn halt schon verkauft. Kann ja sein. Also, ich werde ihn wohl verkauft haben. Und diesbezüglich habe ich ihn halt nochmal bestellt. So, aber morgen oder übermorgen, spätestens kommt ja auch das Motorrad. Okay, er ist nicht da drauf gesessen. Tom Hanks saß da nicht drauf. Also, wir wollen ja die Ausstellung machen. Ich warte wirklich händeringend auf die Figuren. Heute sollten Figuren kommen, aber irgendwie habe ich irgendwie Theater da. Amazon liefert mich richtig. Der Kunde sagt ja auch, alles ist so ein bisschen kämisch. Also, das ist er wirklich. Der Tom Hanks. Tom Hanks. Mit seinen Sachen, wangelos und so weiter. Also, man kann richtig schöne Geschichten nachmachen. Also, nur für Leute, die das also auch mögen. Wir machen ja hier auch Hobby. Schrägstrich Modellbau. Modellbau und Hobby. Wird auch zwischendurch hier eingeblendet, wie da gearbeitet wird. Und das ist also, wie gesagt, das, was wir auf den Weg bringen. Gerade hatten wir auch ein bisschen Pech mit HeHo. Weil HeHo ist ja ein Großeinkäufer, wo wir einkaufen. Wir kaufen dort ein. Und da ist irgendwas tierisch schräg gelaufen. Da ist eine Figur gekommen. Der Fahrer wusste nicht Bescheid. Der wusste nicht, dass das Nachname war. Aber die haben gerade zurückgerufen. Warum hast du das wieder zurückgegeben? Das sage ich. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich bin eh verwundert, dass die Ware jetzt schon dort angekommen ist. Weil Amazon dauert. Wir warten auch auf Ware. Die an. Oh ja. Da könnte ich mal eben gucken gehen. Weil da warten wir auch drauf. Wir warten auf Ersatz. Also momentan läuft aber gewaltig was schief. Gerade konnten wir in der Fernwartung wenigstens unsere Sachen gerade biegen. In der Fernwartung wurden alle Maschinen gerade. Also ihr könnt alle wieder vorbeikommen. Hier geht alles wieder. Fax geht. Scanning geht. Drucken geht. Gerade ganz schnell für den Kunden. Seine Sache, der gerade mich unterbrochen brauchte. Diesbezüglich einen Retourenschein. Zack, zack, haben wir den Retourenschein ausgedruckt. Und haben ihn wieder bei uns alles gelöscht sofort. Weil Datenschutz ist bei uns hoch. Kann sein, dass vermute ich zwischendurch, dass der sogenannte Sondersender schon gehackt wurde. Ist klar, der ist ein Sender. Das wird dann halt angegriffen. Ist klar. Aber wir haben ja verschiedene. Wir haben das Medienhaus, den Sondersender. Und wir haben das Copyhaus noch. Wir haben also verschiedene. Und da läuft es an sich noch. Und dann haben wir auch separierte für die Kunden. Wir haben auch separierte Leitungen für die Kunden. Weil wir ja wie gesagt Industrie 4.0 sind. Wir kriegen aus allen. Ich habe auch hier noch eine Sache, die ich jetzt schreiben muss. An Paypal. Da ist was schief gelaufen. Channel 21 ist irgendwas schief gelaufen. Dann muss das bereinigt werden. Das ist also unser Credo. Das ist unsere Arbeit. Das ist das, was wir hier jeden Tag machen für die Kunden. Wir sind also für die Kunden da. 100% Dienstleistung. Und wir lassen auch keinen Kunden hängen. Wir versuchen alles, was natürlich nicht immer funktioniert. So, ihr seid total rechtlässig willkommen. Wie gesagt, momentan haben wir ein bisschen Probleme mit unserer Ware. Also der eine. Also Actionfiguren 24. Actionfiguren 24 schickt uns das große Motorrad. 1 zu 6, wo nicht Tom Hanks Platz nimmt, sondern die andere Figur. Die andere Figur kann aber nicht geliefert werden, weil der junge Mann, der die uns liefert, im Urlaub ist. Wir kriegen zwar 5% Rabatt deswegen. Okay, dann warten wir. Vollkommen in order. Die andere Figur, die schon bezahlt wurde, ist, die auf dem Weg zu uns an sich unterwegs wäre. Keine Ahnung, wann die ankommt. Das ist immer so eine Sache mit dem dauernden Bezahlen. Und bei Amazon kann man sich ja noch beschweren. Bei den anderen nicht. Wie gesagt, er hat angeblich zu seinem Urlaub, er hat gesagt, ist geschehen am 1.8. wäre das erledigt, am 1.8. wäre das Geld gekommen, am 1.8. wäre verpackt worden, am 1.8. wäre die Ware auf dem Weg. Das ist aber innerhalb von Deutschland, wohlgemerkt, innerhalb von Deutschland, von einem sogenannten kleinen Kleckerdorf, ganz weit weg, irgendwo, ne? Und ist bis heute noch nicht da. Und der andere, der sehr weit weg ist, vor allen Dingen China, die sind sofort da. Chinesische Post über die DHL-Post, muss ich auch gleich draufdrücken. Ich sehe das schon. Ich brauche ja die richtige, ja genau, die richtige Rechnung. Kann ich auch morgen draufdrücken, ist nicht so schlimm. Also, Modellbau, wir besorgen euch die Saare. Manchmal müssen wir auch selber stauen, weil wir zum ersten Mal Ware zurückgeschickt haben. An sich haben wir so ein Problem noch nie gehabt. Wir kaufen jetzt schon seitdem es Amazon gibt, sind wir seitdem Prime und seitdem sind wir obendrein noch Business. Wir sind auch noch Firmenkunden und müssen uns dabei hin und wieder was denken. Jetzt muss ich wieder ausmachen. Es kommt dann. Hallöchen, grüß dich. Hallo. So, da ist halt nochmal Ware gekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zuerst war Ware verschwunden. Wert 80 Euro. Da hat mich gewundert, wieso verschwunden. Ist also in Bochum im Verteilcenter Amazon verschwunden. So, jetzt schauen wir mal, ich sollte dafür Ersatz bekommen, soll nichts kosten. Ist ja klar, ist ja bezahlt. Jipp, die Ware ist da, hurra. Ja, ich weiß, das hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun. Das sind die Besagten von Toro. So, das sind die Besagten von Toro. Sind halt, WWW, Zweiter Weltkrieg. Okay, ich kann jetzt endlich das Diorama bauen. So, ich kann das Diorama endlich bauen. Sind also genügend da. Dann hatte ich noch mit Heho gesprochen, weil die Ware ging zurück. Da ist irgendwas total schief gelaufen bei Heho. Wie gesagt, die Ware war ja auch schon vor einem Jahr bestellt. Und dann war sie zwischendurch auch storniert, weil das viel zu lange dauerte. Ich habe kein Interesse, ein Jahr auf Ware zu warten. Weil meine Kunden auch keine Lust haben, ein Jahr zu warten. Sie möchten etwas haben, möchten das sofort haben. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier passiert ist. Wie gesagt, die Ware war einmal verschwunden total. Keine Ahnung, vielleicht ist hier... Jawohl, also die verschwundene Ware ist jetzt irgendwie aufgetaucht. Man hat mir also Ersatz, man hat mir also kostenlos Ersatz geliefert. Man kann also Amazon vertrauen. Bei Amazon, wie gesagt, kommt dann doch alles wieder ins Reine. Was nicht überall passiert, wir haben natürlich mit einer Sendung, mit einer Star Wars Sendung, haben wir natürlich Ärger. Weil die kam 23,95 Euro plus Versand und kam auch 29,95 Euro. Jetzt haben wir gesagt, der Kunde möchte die Ware nicht. Dann haben wir die Ware zurückgeschickt, weil wir brauchen die Ware nicht. Sonst sind wir nicht so. Sonst stellen wir uns die einfach dahin und gut ist. Somit wächst ja auch die Star Wars-Branche. So, wir sind immer noch Internet verbunden. Wir sind immer noch Industrie 4.0. Wir arbeiten nicht nur an der Schalmei, die man da gerade gehört hat. Tippen hier Briefe, versenden Briefe. Wir bekommen und verteilen und so weiter. Wir sind Industrie 4.0. 100% Dienstleistung. Nicht nur in der Foto- und Filmproduktion, sondern auch im Kopierbedarf. Und natürlich für Schauspieler, für Komparsen. Wo wir, wenn wir die freigeschaltet bekommen, auch freischalten. Und die dann hier auch präsentieren in unserer Greenbox-It. So, ich bedanke mich an alle, die zuschauen. An alle, die uns fragen. Und denen wir antworten. Und vor allen Dingen den zugeschalteten Firmen. Einige dieser Kollegen haben heute sogar Geburtstag gehabt. Wir haben bei Facebook natürlich gratuliert. Versteht sich. So, jetzt wird Feierabend gemacht. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass eingeschaltet worden war. Und es kommt natürlich noch viel mehr Ware. Und wir hatten auch vorhin darauf hingewiesen, dass wir Figuren 1 zu 6 mit im Spielfilm. Holle! Morgen oder übermorgen kommt sogar andere Ware. Ich hoffe, dass die Ware, die auch schon bezahlt, auf die wir warten, auch morgen spätestens übermorgen hier eintreffen. Ja, und dann geht es fröhlich weiter. Wir werden alles zeigen, aber nicht hier. Ja doch, wir lassen einfach dieses Video jetzt mal stehen und machen jetzt einen Schnitt. Und nach dem Schnitt geht es dann fröhlich weiter. Vorhin war ja schon ein Schnitt. Das war, also ich mache jetzt jeden Tag an. Ich mache also nicht jeden Tag einen kleinen Clip, sondern mache einen Clip. Und nach dem Schnitt kommt der andere Tag. Nach dem Schnitt kommt der nächste Tag. Nach dem Schnitt kommt der nächste Tag. Und somit haben wir mal einen Abwasch. Und dieser Abwasch ist dann halt vom Tisch. Wir haben also unsere Figuren. Und die wir dann jetzt demnächst euch zeigen werden. In einem sogenannten Diorama. Das in einem Schaufenster platziert wird. 1 zu 32. 1 zu 16. Und 1 zu 6. Oder mittendrin müssen wir mal schauen, wie das optisch aussieht. Wir werden es euch also filmtechnisch auch zeigen, wie wir uns das gedacht haben. Und irgendwann machen wir es aber dann zu Weihnachten, wenn der Film anläuft. Und das machen wir nur noch, wenn die Filme anlaufen. Wie E8, Han Solo, E9. So, das werden wir dann machen. Jetzt wird das umgestellt einfach auf die Modellbauer. Und die, die die Modelle bauen, machen wir solche virtuellen Fenster, wo die dann da sehen können oder Fragen stellen können. Heute war halt ein Star Wars Tag. Heute wurde überwiegend Star Wars eingekauft, verkauft. Was natürlich Spaß gemacht hat, weil wir mit vielen über Star Wars reden konnten. War eine tolle Geschichte, was da heute war. So, ich höre das Donnergrollen. Es ist ein Unwetter in Anmarsch. Ich werde mich jetzt schnell benühen, von diesem Shop, von diesem Studio, von dieser Kamera mich zu verabschieden. Alles zu beenden und dann schnellstens ins nächste Studio hüpfen, wo das Ganze dann bearbeitet werden muss. Und so weiter und so fort. Und ich will hoffen, dass ich nicht zu sehr nass werde. Wir erleben uns beim nächsten Videoclip oder nach diesem Schnitt geht es dann fröhlich weiter, wenn hier ein Schnitt gleich erscheinen sollte. Dann schaut bitte weiter, wenn ihr Lust habt. So, heute mal Hallöchen bei Faszination Modellbau. Faszination Modellbau. Ist euch das auch schon mal passiert? Also ihr geht ja meistens in Vorkasse auf Amazon. Da hat man eine Figur am 1.8. bestellt. Also am 31.7. am 1.8. ist dann das Geld angekommen. Man bekommt eine Nachricht, Geld ist angekommen. Ware ist eingepackt. Malzahit, Hallöchen. So, versuch's nochmal. Weil wie ich angesetzt habe, kam Kunde und ganz viele. So, wir haben viel Modellbau. Also heute gegen Faszination Furies. Alle 8 plus Auto. Dann ungeschnitten. Mastercut. 60 Sekunden mit Auto. Und zwar den Shelby Ford. So, die sind auch schon mal wieder weg. Jetzt ist eine neue Sache gekommen. Noch einmal. Am 1.8. haben wir eine Figur bezahlt. 180 Euro. Am 1.8. angekommen. Am 1.8. verpackt. Am 1.8. auf den Weg gebracht. Heute ist der 9.8. Und die Ware ist noch nicht da. Ist also voll bezahlt. Dieses gute Stück ist am 7.8. angeklickt worden. Am 8.8. unterwegs. Und am 9.8. schon hier. Musste bezahlt werden. 250 Ocken. Und gehört zur Faszination Modellbau. Und jetzt möchtet ihr auch gerne sehen, was drin ist. Deswegen mache ich ein Unbox-Video. Und zwar haben wir da ein Modell. Das ist auch hier. Nochmal. Das ist ein Modell. Ich glaube, wenn ich wieder so tief da reinschneide. So, wir haben ja Diorama. Diorama bauen wir uns zwar diesmal aus einem Spielfilm. Soldat Ryan. Ich lasse nochmal die. Die, die. Ja, sehr gut. Sehr gut verpackt. Ich mache mal so hier. Sehr gut verpackt. Und zwar. Aus dem gleichen Spiefe. Der Schauspieler. Der Schauspieler erkennt ihr. Von The Friends. Ich werde ihn doch nochmal raussuchen. Und ihn auch irgendwann vorstellen. Und zwar. Ja, war mal. Zack. War er jetzt kaputt gemacht. Das ist ziemlich teuer. Ist nicht gerade billig, das gute Stück. So, dieses gute Stück muss man gerade 245 Euro Bar bezahlen. So teuer ist das gute Stück. Ist nämlich 1 zu 6. So, 1 zu 6 bedeutet, hatte ich an sich vorbereitet. Ich verschwinde mal eben kurz. So, 1 zu 6 bedeutet das hier. Das ist die Größe. Das ist die Größe. Wir stellen die Puppen, die Figuren selber her. Wir können alles besorgen. Jetzt haben wir uns erstmal für normalen Soldaten entschieden. Jetzt nicht für irgendeine große Größe. Wir können auch die großen Größen herstellen. Kein Thema. Ob kriegt der er, der Österreicher da den Kopf drauf. Ob nun 1914, 1928 oder 1943 oder 1944, wo er diesen Ping Ping gemacht hat. Diese Figuren sind jetzt nicht austauschbar. Wir können also den Körper. Der hat 21 Knickpunkte. Kann also richtig schön auch hier in den Muskeln richtig schön verändern werden. Aber ich muss jetzt leider zum Telefon wieder. der nächste Kunde ruft. Wir haben natürlich nicht nur Modellbau. Wir haben auch noch andere Sachen. Deswegen musste ich gerade da an die Schallmei. So, noch einmal. Wir bauen selber. Und wir lassen euch daran teilhaben online. Gut, jetzt gehen wir halt in diese Fraktion im Moment. Aus Sicherheitsgründen gehen wir einfach an die Normalsoldaten. Wir nehmen jetzt auch keine... Wir nehmen natürlich hin und wieder Köpfe von Schauspielern. Wir haben Schauspieler, James Coburn, Walt Steiner. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Als General der Amerikaner gab es einen super Schauspieler. Müsste ich den Namen raussuchen. Den kennt ihr auch. Der letzte General hat er gespielt. Wie gesagt, 1 zu 6 ist nicht so einfach dazu, Figuren bzw. Schrägstrich Fahrzeuge zu bekommen. Wir wollten für ihn hier, wollten wir ein Auto haben. 1 zu 6. Ein LKW. Der Deutschen, wer erwacht? 750 Euro. Ne. Weil, wie gesagt, das Modellhaus... Wir haben hier einen Modellbau. Wir lassen die Dinger auch krachen und fahren. Und die fliegen uns auch um die Ohren. Wegen der Videotechnik. Das zeigen wir euch alle. Dann geht das natürlich nicht. So eine Figur kostet mal über 100 Euro. Und wie gesagt, wenn wir sie herstellen, kann die Figur also auch schon mal 250 Euro kosten, weil alles kostet. Die Herrschaften haben nämlich wirklich alles. Alles in Leder, Rauch. Die Tasche ist zu öffnen. Die ist wunderbar vernäht. Dann die sogenannte Gasmaske. Und dann hat er hier noch Sachen bei. Wir können auch Original-Sachen in der Größe. Landkarten, ihr wisst schon, Feldkarten. Alles besorgen. Hi. Ja, weil das ja noch mal ein böser Soldat ist. Hatte natürlich auch sein Zachel her. Alles rausnehmbar. Ich zeige euch auch seinen Karabiner, wo die Kugel zu sehen ist und so weiter. Ist also für Modellbau. Modellbau. Wir haben aus Sicherheitsgründen auch den Paragraph 86a deklariert. Ist nichts Hierogisches. Für mich ist das eine Figur. Die aus einem Spielfilm bei mir erwacht. So, hier erwacht der Soldat Rain. Ich habe euch ja schon gezeigt. Tom Hanks. Ja, Tom Hanks. Nur Tom Hanks ist nicht mit dem Motorrad gefahren. So, auf diesem Motorrad. Das ist ein ganz berühmtes Motorrad. Ja. Das ist ein ganz, ganz berühmtes Motorrad. Damit ist also auch schon Steve McQueen gefahren. in dem Film Stalag 17. Stalag 17 war ein Spielfilm, der nachgedreht wurde, weil alle 35, die dort abgehauen sind, leider hingerichtet wurden. Nicht so schön, aber egal. Aber wie gesagt, Steve McQueen hat gedreht. Und Steve McQueen kann man also auch als Figur bekommen. Wie man auch Herrn Trump als Figur bekommen kann. Bei uns ist Herr Putin ja schon im Regal. Herr Trump kommt noch. Dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, dieses Fahrzeug hier kriegt jetzt der andere Schauspieler. Mit seinem MP müsst ihr drauf warten. Ich lasse mir Zeit. Also ich muss dieses immer im Voraus bezahlen. Ich habe jetzt also 179 Euro voraus bezahlt am 1.8. Und die Ware ist bis heute nicht angekommen. Die Ware kam auf Nachname 245 Euro und war auch da sofort. Gestern hatten wir leider Pech, da ist irgendwas schiefgelaufen. Da kam eine Nachname von 261 Euro. Aber die hatten wir nicht bestellt, sondern die war storniert. Und ist klar, nach einem Jahr Vorlaufzeit, wo die Ware bestellt worden ist. Deswegen stellen wir also keine Ware gerne im Voraus. Wir mögen das alles nicht so. Hat also einen Grund, weil solche Sachen dann passieren kann. Dann riecht sich die Firma auf und so weiter. Ist aber nicht meine Schuld. Wir haben das also wirklich frühzeitig reingeschrieben, dass wir diese Figur nicht mehr haben möchten. Weil bei der Firma, wo wir sonst bestellen, kann man einfach nichts zurückgeben. Man klickt an und dann ist Finish. Dann kommen wir, weil es ein Großhändler ist. So, das ist zwar auch ein Großhandel, da müssen wir mal anschreiben, ob wir da das nicht mal ein bisschen günstiger bekommen. Denn bei dem Preis 245 Euro werdet ihr wohl sagen, nee, kriege ich billiger. Ich kann euch sagen, im Moment vielleicht. Aber das Ding ist bald alle. Davon gibt es nicht so viel, weil die Dinger kosten, wirklich. Dieses Motorrad 1 zu 6 mit Beinwagen 369 Euro nur, mal so gesagt zu haben. Und so ein Auto 1 zu 6, 750 Euro. Ein Panzer 1 zu 6, bis zu 4.500 Euro. 70 Kilo schwer. Also wir haben da jetzt ein Modell zum 1 zu 16, Edelmodell. Premiumklasse, 15 Kilo schwer. Kostet mal eben 565 Euro. Wenn man Pech hat, 569 Euro. Gibt es auch abgespeckt, ab 100, 200. Das sind aber dann die abgespeckten Versionen. Dann gibt es die total abgespeckt. Dann kosten sie 24,95. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, wenn so ein Premiummodell, so ein richtig voll funktionales Premiummodell, in einem Diaramen steht. Und man baut sich das irgendwie auch mit einem letzten Ding mal so richtig bretternd da. Macht so eine richtig schöne kleine Vorführung. Macht richtig Spaß. So, wir werden einen Raum irgendwann mal präparieren und da auch Vorführungen machen. Ich warte jetzt, wie gesagt, auf so einen Kollegen, auf 501. Denn die 501 gab es auch im Zweiten Weltkrieg. Wollte ich mal gesagt haben. Ja, die 501 war die Staffel der Filmemacher im Zweiten Deutschen, beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg. Nicht nur die Deutschen an den Krieg geführt, sondern Englander auch. Und die Amerikaner. So. Egal, war die böse Zeit. Interessiert mich nicht. Ich bin für Modellbau. Ja, Modellbau. Ich bin für die Technik im Modellbau. Und ich habe die Faszination Modellbau. So, Faszination Modellbau, so etwas herzustellen. So, wie gesagt, die Dinger. Hier kann alles, die Koppel, muss man also sehr vorsichtig mit umgehen. Wir sind froh, dass wir die wieder dran gekriegt haben. Hier wird alles hergestellt, beziehungsweise wir besorgen es euch. Es wird hergestellt, aber nicht von mir. Sondern ihr wollt einen Armee-Soldat nach eurem Geschmack machen wir. Wirklich, machen wir. Kostet natürlich horrendes Geld, ist klar. So ein Stiefel hier, handgenäht. In diesem Fall hier jetzt auch verdreckt. Ja, ist richtig fett im Einsatz. Aus Leichtleder, ist kein Scherz, ist Leder. Ein echter Knobelbecher hier mit Nieten. Den könnt ihr auch mit richtigen Nieten haben. Mit richtigen Nieten. Dann kostet es ein bisschen mehr. Auch der Helm ist echt, ist ein echter Stahlhelm. Ist ein echter Stahlhelm. So, aus Sicherheitsgründen nicht mit irgendwelchen Emblemen. Merkt ihr, sonst hätte ich das da gar nicht reinhalten dürfen. Zum Beispiel Unkel Hitler, das hätte ich da nicht reinhalten dürfen. Ist klar. So, ist klar. Aber, wie gesagt, wir können die Köpfe besorgen von Schauspielern, die dann da drauf sitzen, ob der James Coburn ist oder egal wer es ist. Nur Herrn Schweinsteiger werden wir da nicht drauf packen. Nee. Können wir kriegen. Das könnt ihr nicht. Können wir wirklich bekommen. Wir können diese sogenannte Schweinsteiger-Puppe da bekommen. Aber machen wir nicht. Aus Sicherheitsgründen. Versteht sich. So, jetzt kriege ich wieder einen Gast. Muss wieder aufschalten, damit ihr Bescheid wisst. Grüße, hi. Hi. So, zum Vergleich. Ein Fahrrad. Ein Fahrrad, eins zu sechs. Also, im Moment ist viel los. Und ich habe auch gerade einen Auftrag reinbekommen. Bin jetzt also für zig Stunden beschäftigt. Und jetzt kommt Besuch. Hallo. Vorhin angerufen. Dann ran. Genau. Ich komme. Ich mache. Ich eile. Alles klar. Ja. So, Sommer ist. Und wie gesagt, wir stellen die Figuren ja auch wie gesagt selber her. Wir müssen nur sagen, welchen Kopf. Wir besorgen den Tor so. Und dann geht es los. Ihr sagt uns, wer das sein soll. Nehmt sich dann Custom Figuren. Custom Figuren. Wir stellen die wie gesagt selber. Da gibt es keinen Karton für. Der ist uns also noch nicht eingefallen, dass wir uns irgendwelche Kartons ausdenken. Also, ihr kriegt die Ware dann lose. Wie diesen Soldaten hier. Wie gesagt, den Kopf von Schweinsteiger nehmen wir jetzt nicht. Obwohl die Figur gibt es wirklich. Aber das heißt ja auch Hans. Müsste aber trotzdem nichts sagen. Gerade war auch wieder anderes basteln angesagt. So seht ihr. Das ist dann 1 zu 6. Passt dann also. Passt dann also. Dann passt er auch im Notfall drauf, dass er dann Fahrrad fährt. So ist es ja nicht. Also er würde jetzt richtig Fahrrad fahren. Und noch einmal. Das hat nichts mit Heldentum zu tun. Ich bin ganz offen und ehrlich. Auch vor laufender Kamera. So würde ich nirgendwo hin. Und hätte auch keine Interesse für irgendjemanden diesbezüglich irgendetwas in die Hand zu nehmen. Das wird ein Film. Darauf warten wir jetzt leider auch. Habe ich ja vorhin erklärt. Am 1.8. schon bezahlt die Figur. Ein echter Filmer. Das ist aus der Kaserne 501. Das Zertifikat wird dabei sein. Dann kann ich das auch vor laufender Kamera besser erklären. Das ist ein Originalfeldfilm. Kompanie 501. Irgendwie hat George Lucas mit dem 501 auch. Also es gibt wirklich die echten 501 aus dem 2. Deutschen Weltkrieg. Bei den Feldfilmern der Wehrmacht. Wie gesagt wieder heiß. Wenn ich Glück habe, kommt es ja heute noch. Vermute ich auch mal nicht, dass das kommt. Wenn ich Glück habe, morgen. Wenn ich Glück habe, leider erst eine Woche später. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe gerade gesehen, das kam aus Emmerich. Also ich habe dieses fertige Modell jetzt da. Emmerich. So. Ihr könnt also wie gesagt planen. So wird die Figur dann so ungefähr da stehen. Stell ich mal hier oben hin. Wie ihr sehen könnt, wird hier stehend sein. Und der Kollege, der andere wird sicherlich irgendwie daneben stehen. Und dann kommt der 501 Feldfilm. Wehrmacht 501 Bataillon und filmt das dann. Das wird das sogenannte Diorama. Und dann werden die wohl in irgendwelchen Büschenhausen oder so. Schauen wir mal. Und das wird also das hier, das Motorrad, das amerikanische Motorrad. Haben wir ja noch nicht angesehen. Ob das wirklich das Geld wert ist, weiß ich jetzt nicht. Dieses hier ist es das Geld wert. Das Fahrrad wird so um die 69 Euro gehandelt. Und ich möchte schauen, ob ich es günstiger bekomme. Aber ein richtiger Hocker, ein richtiger Hocker, wo zum Beispiel Churchill drin gesessen hat oder so, kostet leider auch schon einfach 39,95 Euro. Und ja, da muss man mal dann schauen, ob man sowas dann verkaufen kann. Jo, wo steht der Nummer da? Seine Montur. Und ich werde das jetzt erstmal ins Regal stellen. Und werde die Figur auch ins Regal stellen. Und dann wollen wir mal schauen, was da so bei rauskommt. Noch einmal nicht vergessen, es geht um die Faszination Modellbau. Ich will jetzt keine Kritik hören. Ich will auch keine Beschimpfung hören. Da Modellbau. So. Wir haben festgestellt, dass dieser Modellbau angesagt ist. Warum, weiß ich nicht. Ist aber angesagt. World of Tank ist angesagt. Die Leute strömen. Und ich habe jeden Tag, seitdem ich World of Tanks habe, habe ich mehr zu tun wie mit Star Wars. Star Wars kann ich mir mal nicht ändern. Läuft hier nicht. Deswegen, wie gesagt, machen wir World of Tanks. Wir machen die große Ausstellung. Es wird gefilmt. Ihr bekommt eine eigene Serie dazu. Und dann stellen wir euch das auch aus. Es wird auch noch mit anderen Sachen gebastelt. Und wir besorgen sicherlich ganz viele Bastelsachen noch, weil viele sehr viele kreativ sind. Gerade auch eine sehr kreative Dame gehabt, die Fotos ausdruckt auf spezieller Folie. Die dann auf irgendeinem Brett oder irgendeinem Gegenstand dann aufgelegt wird, eingearbeitet wird. Und dann kann man das auch wunderschön an die Wand hängen. Das war jetzt Naturholz, von Bäumen, Naturholz. Da in dieses Naturholz wird das dann imprägnationsmäßig eingearbeitet. Und dann kann man, das ist auch klasse. Wie gesagt, das ist halt die Sache, die bei uns so jetzt zuzüglich des ganzen Film-Fotoproduktionen, jetzt wie gesagt, läuft da auch gerade mal locker. Darf ich euch nicht zeigen. Ich darf es nur sagen. Es ist wirklich am Laufen. Ich kann aber, ich lasse jetzt, bleib jetzt hier mal in der Kameraoptik. Obwohl ich kann es ja nicht zeigen, kann ja mehr eben hier auch aushuschen. So sieht das dann aus. Und zwar die alten Kassetten. Viele von euch kennen das schon gar nicht mehr. Das nannte man früher Videokassette. Videokassette für die jungen Zuschauer. Und das wisst ihr ja, ist eine DVD. Wir bringen also das analoge auf digital seit 1979 schon. Seitdem es das gibt, machen wir das schon. Wir machen natürlich auch schon auch die uralten. Hi8, Super8, S8. Das sind die Rollekniss mit Celluloid. Machen wir also auch. Wollte ich nur gesagt haben. So, da ihr gerade die Stelle Mai da wieder gehört habt, gehe ich da mal wieder zum Telefon. Euer CaptainRax501 aus Rebels meldet sich ab. Und glaubt nicht oder nehmt nicht an, dass ich gleich nochmal ein Paket bekomme. Ich vermute, dass es gleich oder irgendwann, ihr seht hier gleich den Schnitt, dann geht es wohl weiter. Aber das ist dann schätzungsweise schon ein anderer Tag. Ich habe jetzt hier mal so ein Wochenvideo. Das ist so ein Wochenvideo, jeden Tag ist irgendwas geschehen. Immer wird das kurz unterbrochen. Wenn gleich wieder unterbrochen, könnt ihr euch denken, dass es danach weitergeht mit der anderen Sequenz. Vielleicht kommt dann endlich die Figur 501, wo er dann, ja, wo er dann gefilmt wird. Und in 501 fällt Film wärmer. Ja, hört sich hart an. Ich habe den richtigen Satz jetzt noch nicht drauf, weil die Figur ist extra hergestellt worden. Ist eine Customfigur, wie das hier ist auch eine Customfigur. Die hergestellt wird nach unseren Ideen. So, wir schauen uns Spielfilme an, wie zum Beispiel James Ryan, James Coburn in Steiner. Dann wird ja auch so, wie er da rumlief in dem Film. Genau so wird die Figur hergestellt, auch mit seiner Kalashnikov und mit seinem richtigen Gewehr als Steiner. Und wir besorgen auch den Film und die Brücke von Arnhem, D-Day oder auf der Suche nach Soldat Rain. Ja, so, jetzt bin ich weg. Ich war gerade fasziniert von dem Filmauftrag, den ich ja gerade laufen habe. Am Wochenende war ich fasziniert von den Darstellern des DC. Fragezeichen. Wie gesagt, wir haben viel zu tun. Schnitt, Kleck oder an einem anderen Tag geht es halt weiter. Wie gesagt, wir warten immer noch auf dem Feldwebel 501. Wir können auch direkt sagen, wie er wirklich heißt. Und zwar war das der Feldwebel Propagandakompanie 501. Gibt es also nicht nur bei Captain Rex und George Lucas bei Star Wars, sondern auch bei der Wehrmacht damals. Okay, Feldwebel Propagandakompanie 501, OKH, Ausbildungsfilm, Dänmarks 1942 im Maßstab 1 zu 6. Wir warten halt drauf, dass es kommt. So, aber weil wir lassen unser Hobby und ich persönlich lasse mich mein Hobby nicht kaputt machen. Es gibt ja immer Querelen. Und noch einmal, wir haben auch ein Dossier dort hängen bei den Figuren, wie wir über den Krieg denken. Krieg ist absolut schrecklich und muss unter allen Umständen verhindert werden. Wir bedauern das unmenschliche Leid, welches gerade und vor allem von Deutschland aus über die Menschheit gebracht worden war. 33 bis 45. Wir alle müssen uns daher unserer Verantwortung, insbesondere Minderheiten und Flüchtlingen gegenüber, über stets Bewusstsein, jeder der die Gräueltaten, 33, 45 Nazis und die Verbrechen, an denen auch die Wehrmacht beteiligt war. Leugnet ist ein gefährlicher Mensch. Leugnet biete niemals diese Zeit. Und deswegen basteln wir. So, dass die Figuren dann dementsprechend aussehen. In ein Hess zum Beispiel, in seiner Uniform, den ich auch jetzt nicht zeigen werde, schwarze Uniform, rote Binde, Herr Hess, der auch lange Zeit für seine Gräueltaten im Englischen, Schrägstrich auch hier im Deutschen, Gefängnis gesessen hat, bis zu seinem Ende. Er ist also in seinem Sarg ausgetragen worden. Er hat also das Tageslicht sozusagen nicht mehr erblickt, außer in seinem Käfig, Schrägstrich, Knast, Schrägstrich, Innenhof. Und danach wurde auch alles vernichtet. Den Ort gibt es auch nicht mehr. Also, wohlgemerkt, bitte niemals verleugnen. Die Gräueltaten, jegliche Gräueltaten, sie waren zwar im Krieg, egal, wir bauen die trotzdem nach. Wir bauen aber nicht die Gräueltaten nach. Wir bauen nur Filmsequenzen nach. Ja, ob das mit James Coburn war. Wie er eindringt bei den Russen. James Coburn eindringt bei den Russen in dem Film bei seinem Kreuz. Und, wenn wir auch die anderen Figuren noch bekommen, aber die sind sehr selten, um an diese Figuren zu bekommen. Es gibt ja auch noch andere Spielfilme. Das dreckige Dutzend zum Beispiel. Oder der Goldrausch da. Um jetzt an diese Figuren da zu kommen. Das ist nicht so einfach. Oder 0815. Oder die Brücke von Arnhem. An diese... Also, wie gesagt, wir arbeiten dran. Wir haben wirklich die Möglichkeit, das alles zu nähen, zu gestalten. Film. Wogemerkt Film. Das sind Filmfiguren, die auch animiert werden können für die Film-Tricktechnik. Kommt sich immer darauf an, wie wir die Filmfigur in den Kopf setzen. Dann könnten die Sachen setzen, ist es plötzlich ein James Bond. Welcher James Bond entscheidet ihr? James Coburn. Quatsch. Der war kein James Bond. Ich komme jetzt nicht drauf. Ist auch egal. Wie gesagt, wir distanzieren uns. Wir haben das auch da hängen. Und wir zeigen auch in einem Videoclip unsere Diaromen. 1 zu 16. 1 zu 6. Und 1 zu 35. So, die Produkte, wie gesagt, stellen wir selber her. Wir basteln auch selber. Wir generieren auch selber. Und kann alles über uns bezogen werden. Problem halt. Der Preis ist heiß. Ist nichts für Schnippchenjäger. Das ist ein Hobby für Leute, die Hobby betreiben. Und auch diesbezüglich das Geld dazu bereitstellen. Und das ist also kein Schnippchenmarkt. Ja, also man kann hier keine Schnippchen machen. Das ist alles Handarbeit. Auch die Filme, wie gesagt. Da kann man kein Schnippchen machen. Da muss jeder Film bezahlt werden, den wir hier produzieren, herstellen. Oder umgestalten von analog auf digital. Schnäppchen geht nicht. Wir arbeiten sehr gerne daran. Wir arbeiten präzise daran. Wir arbeiten unter Lupen. Damit es auch wirklich gut aussieht. Wir arbeiten so lange daran, bis es wirklich gut aussieht. Und wir bestellen auch gute und wirklich gute Ware, damit jeder zufrieden ist. Und wir überspielen analog, digital auch so in HD-Qualität, damit jeder damit zufrieden ist. Sogar die uralten Filme, 16mm, Super 8, Normal 8, werden in HD-Qualität überspielt. Und das hat seinen Preis. Also wir produzieren nichts für Schnäppchenlinge. Wir haben zwar gestern die Hälfte, also heute hat die Figur einen Marktwert von 82,79 Euro. Laut Amazon plus Gebühren 109 Euro. Wir haben diese Figur natürlich gestern, weil es ein Geburtstagsgeschenk werden sollte, für 49,95 Euro verkauft. Das war natürlich Star Wars. Ein Scout mit seinem Jäger aus dem Imperium schlägt zurück. So, ja, sowas machen wir auch. Und sowas kann bei uns also gemacht werden. Ihr könnt es beauftragen. Wir stellen es her. Und jetzt, meine lieben Freunde, euer Captain Rex von den Rebels von 501 geht jetzt in die Sonne. Wenn es gleich weitergeht, merkt er ja, wenn ich es in den Film zähle. Da grüße ich euch wieder und es geht immer weiter, weiter, weiter. Als Amazon-Verrückter bin ich bald Amazon nicht mehr verrückt, weil langsam reicht es mir. Erstmal fragen die, warum am Namensschild ein Name steht und dahinter steht ganz fett Shop. Was ist denn das hier? Kein Shop? Aber egal. Lange Diskussion immer mit den Amazon-Fahrern. Na, ist egal. Da habe ich gefragt, wenn ich nicht da... Ja, hätte ich in der Apotheke abgegeben. Wieso in der Apotheke? Er hätte die Pakete in die Apotheke gebracht. Warum eigentlich? Er hatte geschellt und ich bin rausgerannt. Die bleiben ja nicht warten oder so. Du musst ja sofort. Also langsam ist Amazon bekloppt, aber egal. So, an alle Modellfreunde. Es sind Modellsachen bestellt worden. Wie gesagt, noch. Wenn ich Amazon-Fahrer bin, noch. Ich warte natürlich auch auf andere Ware. So. Da wir ja nun mal Modelling machen, probieren wir natürlich jetzt viele Modelle aus. Das ist für ein Diorama. 1 zu 35, weil 1 zu 16 und 1 zu 1 zu 6 ist kaum möglich. Ich hatte ja dann auch meinen Kollegen nebenan, der ja nur Spielwaren verkauft. Das ist ja 1 zu 35. Das ist an sich die gängigste Größe. Ja, sag ich. Aber ich habe auch viele Sachen, die sind an Nummer 1 zu 16. Am liebsten hätte ich ja 1 zu 6. Aber so groß kann ja gar kein... Wenn ich da die Nummer 1 baue, dann müsste ich den ganzen Laden hier zu Nummer 1 machen. Das klappt ja hier gibt es die nicht. Das Verhältnis her nicht. So, da sind einige Modelle. Es kommt ja so jeden Tag. Es kommt jetzt jeden Tag sowas an. Das ist das nächste. Also wir wollen da einige Diaramen bauen. Ich hätte ja auch schon welche ausgestellt, damit ihr die sehen konntet. Also es werden jetzt viele Diaramen gesorgt. Wir haben natürlich Forced of the Glory. Also Forced of the Glory haben wir gefunden in England. Die schicken uns auch ein Diarama, das wir zusammensetzen. Und wenn das toll ist, kaufen wir nur noch Glory. Also, ne? Auf dem Feld der Ehre. Field of Glory. Ja, jetzt haben wir hier bei Mini Art bestellt. Was wir natürlich zusammensetzen müssen und auch bemalen müssen. Entschuldigt. Ich habe gerade aufgeräumt. Und da, durch das Aufräumen, bin ich natürlich Staub aufgeflogen. Und durch das Rauswetzen draußen, das Wetter ist ja gruselig. Ich habe jetzt kein Messer mit. Ich mache es mal so. Ich will aber nicht klappen. Ich hole ein Messer. Man sollte sich auch immer besser vorbereiten. Weil viele fragen ja immer, dann sagen wir die Frage auch. Wie gesagt, so sieht das dann aus. Wie gesagt, muss dann bemalt werden, damit dann auch was aussieht. Wenn man so ein bisschen Plastik, meine lieben Freunde, so ein bisschen Plastik, knapp 30 Euro, fetzt natürlich einen weg. Jetzt müssen wir uns noch Farben was besorgen. Ja? Hier wird das dann hingehalten. Wie gesagt, für 30 Euro ist das natürlich heavy. Ein Fünfer hätte da auch gereicht. Ich kenne ja die Antworten meiner Kunden. Aber es soll uns egal sein. Wir haben es ja jetzt, damit die 1 zu 35 zur Geltung kommen. Die 1 zu 35 sind Zinnsoldaten, Zinnfiguren. Die sollen dann nach was aussehen. Das andere wird dementsprechend genauso ausschauen. Ist ein bisschen schwerer. Vielleicht ist noch ein bisschen mehr drin, wer weiß. Also da war nicht allzu viel drin. Nicht so schlimm. Hauptsache, unser 1 kriegt das jetzt so hin. Bemalen, vielleicht muss man sich vielleicht auch noch einen Sprüher besorgen, damit man was sprüht. Also wenn man das malen würde, würde das sicherlich nicht so aussehen. Es wird versucht, ist klar. Auch was hinbekommen, weiß ich nicht. 1 zu 35 haben wir. Mittlerweile haben wir aber auch Gott sei Dank jemanden gefunden. Wie gesagt, Field of Glory in England. Wir haben uns das auch für 1 zu 16 besorgen. Das ist schon mal okay. 1 zu 6 klappt nicht, habe ich schon mal gesagt. Ist ein bisschen heavy. Müssen wir mal gucken. Weil letztens wollten wir einen Straßenzug Berlin. Nach einem gleichnamen Spielfilm wollten wir das Diorama. Oder das Diorama wäre dann fast 3,30 Meter geworden. Ne, nein. Also damit das irgendwie von den Figuren her hätte passen können. Als Haus und von oben und von unten. Müssen wir mal schauen. Vielleicht bauen wir mal einen Bunker nach. Wir haben ja also, wie gesagt, Field of Glory gefunden. Die uns da viele Sachen zukommen lassen können. Diesbezüglich können wir auch Wohnungen deklarieren. Beziehungsweise herstellen und machen. Das hier kommt jetzt aus der Ukraine. Ich meine, so ist es auch. Naja. Eben, das hier kommt aus der Ukraine. Okay, für, wie sage ich ja noch einmal. 30 Euro ist ein bisschen heavy. Aber egal. Müssen wir durch. Wir testen hier gerade. Im Test. Aber wenn man testet, dann ist eh immer alles zu teuer. Das wissen wir ja. Ja. Und da wir ja nun mal am Testen sind, müssen wir da durch. Ob wir das genauso hinbekommen, wie es ausschaut. Wir wissen es nicht. Wir arbeiten aber daran. Ja. So. Und das war es. Also die nächste Schuhe kommt. Jetzt abspannen. Und nachher kommt wieder die nächste Sache. Also Amazon verrückt werden wir wohl bald nicht mehr sein. Weil wir nur noch Stress haben mit Amazon. Amazon Fahrer kommen, wann sie wollen. Ausrede auch, wie sie wollen. Hermes haben wir auch noch Ärger. Hermes holt die Ware nicht ab. Wir müssen selber irgendwo hin. Da können wir uns. Aber Gott sei Dank tauschen wir so gut wie nie um. Ja. Auch da haben wir viel Lehrgeld jetzt gezahlt. Wir haben alles in einen Karton gepackt. Und dann ersetzen die nur 5 Euro statt 200. Also ist nicht schlecht. Mal eben. Müssen wir 195 Euro nachtelefonieren. Wo die wohl bleiben werden. Ja. Also ist das nur eins. Amazon. Naja. Nimmt also. Amazon nimmt aber reichlich ab. An Service. So. Ich wünsche dir was. Viel Spaß. Bye bye. Hi. Grüße. So. Es wird alles anders. Star Wars ist nicht mehr so angesagt. Aber wir haben viele Sachen wieder zurück. Weil doch der Preis war heiß. Und wir haben uns gefragt. Warum sollten wir die Ware festhalten. Wenn die keiner so richtig haben möchte. Aber ich muss eben wieder unterbrechen. Ich lege gleich wieder los. Und zeige euch was. Denn wir haben was Neues. Was ganz Neues. Also wie gesagt. Ich muss eben unterbrechen. Und dann komme ich wieder. Muster unterbrechen. Und jetzt habe ich eben kurz Zeit. Also wir sind ja unter die Bastler gegangen. Also wir basteln ja jetzt auch. Oder Modellbau. Fotomodellbau, Filmmodellbau, Filmmodellbau, Geschichtenmodellbau. Das heißt also, aus einem Foto versuchen, dieses nachzubauen als Diorama, ob Star Wars, verschiedene Filme, wir hatten auch einen Antrag auf Z, aber die Z-Variante eines Bundeswehrsoldatenplatzes, oh, das ist ein bisschen zu klein. Eine Lupe, Speziallupe bestellt, will hoffen, dass die bald kommt, damit man auch filigran Arbeiten machen kann, jetzt sind wir auch schon wieder beim Thema, wir bleiben bei Star Wars, Bandai, wir haben bei Bandai bestellt, so einen Black Trooper, Death Trooper, so, mal schauen, wie es aussieht, sind mehrere Lagen, ist er so reichlich auseinander, wenn man sich so eine Figur anschaut, so viel ist ja an sich gar nicht an einer Figur dran, Jetzt wissen wir nicht, ob drei, vier oder fünf Figuren oder nur eine, wissen wir nicht, weil es ist reichlich viel Zubehör da drin, und ob sich das dann lohnen wird, wissen wir nicht, eine haben wir schon zurückgeschickt, da fanden wir halt nicht so interessant, bei denen bleiben wir jetzt, weil sie sind schwarz und sollte nicht allzu viel passieren, wie gesagt, wenn die Lupe eintrifft, also die spezielle Lupe, die bis zum 20-fach vergrößert, sollten wir solche Figuren auch zusammenstellen können, zusammenbasteln können und daraus ein Diarama bauen, natürlich haben wir aus China Schnellspost bekommen, darf ich vorstellen, den Skull Trooper von Bandai schon zusammengebaut, wir wollen hoffen, dass auch der Death Trooper nachher genauso toll aussieht, wie jetzt hier der Skull Trooper von Bandai, kam durch Japan Post, durch die normale Post, haben wir die bekommen, wie auch den Combat Assault Tank Commander, auch von Bandai, auch wunderbar zusammengebaut, haben wir noch nie ausgepackt, werden wir auch nie auspacken, das werden nur Sammler auspacken, die diese Figuren hier kaufen, so, wir sind aber leider auch in dem Modellbaufilm, im Foto, wir werden sicherlich irgendwelche Sachen, der Adler ist gelandet, nachbauen, da mit Churchill oder Afrika, Tobruk, sowas nachbauen, auch Normandie, dafür haben wir jetzt auch diese Sachen hier eingekauft, das sind so Hausklette, Ruinen, die wir dann richtig schön bearbeiten, wir wollen uns nämlich jetzt auch an die neuartige Fototechnik heranwagen, also Maltechnik, dass sie wirklich so futuristisch toll aussehen, es gibt jetzt wunderbare Colorfarben mit Pigmente und das alles rauchig, mattig und so weiter und so fort, und natürlich haben wir, da brauchen wir natürlich nicht allzu viel Hand anlegen, den Bunker, den Bunker, es kommen mehrere Bunker, dann werden da einige Diaramen gebaut werden, die wir dann auch zeigen und so weiter, wir werden also nicht nur Star Wars hier ablichten, über Star Wars sprechen, über Star Wars Figuren, Nein, auch, wie gesagt, über Bunker, über Ruinen, die sind aus Keramik, die wiegen eigentlich, die sind aus Keramik, sind also richtig gute Sachen, die hier sind natürlich filigran und ziemlich leicht, ja, wie gesagt, wir haben sie nur nicht ausgepackt, wir werden sie auch nicht auspacken, und wenn wir an den Death Trooper herangehen und den zusammenbauen, werden wir das hier auch zeigen, den Death Trooper, wir wollen hoffen, dass das nicht alles in chinesisch ist, aber durch eine Lupe kann man die Sachen ja auch dann wunderbar sehen, und dann kann man die also auch sicherlich nachbauen, Frage lautet natürlich, ist da wirklich nur eine Figur drin, oder sind da jetzt drei drin, so wie das hier abgelichtet ist, weil, naja, wie gesagt, chinesisch können wir nicht, haben wir einfach mal bestellt und versuchen es, Bandai aus dem Jahr 2016 ist direkt nach dem Film Rook-1, das sind die Rook-1-Einheiten, ob wir jetzt alle Figuren von Star Wars mal zusammenbauen werden, Revell bietet das hier an, Revell bietet solche Sachen an, andere Bausätze habe ich noch nicht gesehen, werde mich gleich mal im Internet schlau machen, ob es Star Wars Sachen zum Basteln gibt, es macht Spaß, das zusammenzusetzen, daraus irgendwie was machen, ein Endor-Diorama, wir haben auch die Endor-Figuren da, die sind aber schon fertig, wie immer aus normalen Plastik, wir suchen jetzt das filigrane, die Sahnestückchen, also das empfinden wir als Sahnestückchen, tut mir leid, also das sind Figuren, die jetzt im ersten Augenblick nicht so plastisch rüberkommen, wie die anderen Plastikteile von Hasbro, Hasbro hat hier ziemlich plastisch, also Plastik, so das hier ist ziemlich filigrane, aber ich verstehe da auch kein Wort, wie gesagt, war unheimlich schnell zu haben, weil Bandai persönlich da bestellt in China bzw. Japan und so schnell habe ich noch nie Post gehabt, ich habe jetzt einen Spezialisten bestellt, einen Hauptmann, der 501 gerade, aber deutsch, ne, ein, sagt das Wort schon, Hauptmann, ein Feldwebel, Hauptmann und so weiter, der Film-Academy, gucke ich nach, ob das jetzt ein Feldwebel oder ein Hauptmann ist, weiß ich jetzt nicht, haut da gerade was durcheinander, aber ist nicht so schlimm, ist ja noch nicht da, da warte ich schon leider seit vier Wochen drauf, weil da leider auch was passiert war, dass der Lieferant hat seinen Vater verloren und wie ich meine Mutter verloren, kann ich also nachempfinden, dann ist man so ein bisschen neben der Spur und man muss das erst machen, das erst machen und heute ist angesagt, heute soll die Figur kommen, dadurch habe ich auch das Video angefangen mit dem, wir sind jetzt Modellbau, wir machen jetzt Star Wars Modellbau und natürlich geschichtliches Modellbau, mal sind es die Römer, mal sind es die Ägypter, jetzt im Moment ist es der zweite Weltkrieg und zwischendurch auch der erste. So, da werden Fahrzeuge, alles wieder gemacht. Morgen! Sind Sie so ein Video? Ja, sicher, ich bin schon. Ach, wieder zuerst, was machst du gerade? Ja, wir machen einen Videoclip. So, und dann habe ich das doch ausgepackt, mir scheint, es ist doch eine Figur, eine Figur in tausenden von Teilen, wie chinesisch. Ob ich das hinbekomme, am liebsten würde ich das schon wieder zurückschicken, bin ich ehrlich, weil das andere war auch sowas. Wir wollen natürlich, oder ich persönlich möchte an sich eine fertige Figur haben, die schon fertig sind, da bin ich auch gern bereit, 50, 60 Euro für zu bezahlen. Aber so etwas hier, 40, 50 Euro, nur von Bandai, um dann eine einzige Figur, eine einzige Figur und dann auch so klein, ey, ich weiß nicht, das ist nicht so jetzt mein Fall. Gut, dass ich gerade gefragt wurde. Man zeigt mir immer drei Figuren. Wenn ich Glück habe, sind es auch drei Figuren, aber das wird nicht sein. Nein, das wird nur eine sein, aber ich zeige euch, warum ich jetzt hier am schwanken bin. Ich meine, die zeigen mir immer drei, ne, so drei hier, es werden immer so drei gezeigt. Aber die Vermutung, weiß ich nicht, könnte es nur eine sein. Na, ich bin da so gerade gefragt worden, sage ich, komm, packe ich aus. Also, so sieht es aus, so wie das geliefert. Genauso lackiert, wie die Originale sind. Hochglanz lackiert, aber wirklich perfekt, hochglanz. Ich will hoffen, dass man nicht allzu viel nacharbeiten muss. Aber ihr seht selber, das kann ja nicht nur eine Figur sein, oder? Also, eine Figur und... Das sind drei Figuren. Das sind ja drei Waffen, einer hat eine einfache, die lange Waffe. Das ist zwar nur ein Teller, wo einer vielleicht draufpasst. Das ist alles chinesisch. Also, da... Ich meine, ich bin geübter Bastler. Ich habe also auch schon Motorräder zusammengebaut, die auch keine Anschriften hatten. Man wusste da wirklich nicht, was die da von einem wollten. Ja. Mit Achselklappen da... Also, wirklich in tausenden von Teilen. Brustpanzer. Seitlich. Schnallen. Alles einzeln. Ich weiß natürlich nicht, ob die gesteckt werden. Aber ich vermute, die müssen ja auch geklebt werden. Und einmal ein Tropfen daneben, kann dann schon bitter aussehen. Also, ich vermute, es ist eine Figur. Mit drei Waffen. Naja. Überlege ich es mir. Vielleicht schieße ich sie zurück. Muss ich gucken, wie viele Tage ich Zeit habe. Weil damit bin ich doch nicht zufrieden. Dafür ist ja zu viel Geld. Wobei Disney draufsteht. Für 40, 50 Euro bekomme ich ein Original. Wunderbar verarbeitet. Denn so bekomme ich die sicherlich nicht zusammengebaut. Die Figur. Dann suche ich sie mir lieber als 6-Inch-Figur. Dass ich die als 6-Inch-Figur bekomme. Ihr könnt natürlich drunter schreiben, wie euch das gefällt. Bis jetzt. War ja immer so merkwürdige Sachen. Würde mich auch mal über die Richtigen freuen. Die also richtige Kommentare abgeben. Und auch wirklich diese Videos mögen. Und nicht einfach sagen, ich mag das Video. Ich nehme das einfach nicht so. Oder ich sehe das auch nicht so eng. Weil ich online eh nur als Unterhaltung sehe. Und wir auch in sich auch nur Unterhaltungsfilme machen. Wir hatten DC-Sachen hier. Haben wir ja gezeigt. Und bin gespannt, wann die abgeholt werden. Weil die dienen. Weil die Bundeswehr. Und sobald die frei haben. Werden die ja wohl wieder erscheinen. Um ihre Sachen dann abzuholen. Ja, wir haben viele Ansagen. Viele Anfragen. Die wir so nicht veräußern können. Auch nicht veröffentlichen können. Wir wollen viele irgendwie mit DC-Sachen arbeiten. Wir wollen viele mit Diaraben arbeiten. Nur Diaraben bauen. Das dauert. Das kann wirklich dauern. Zum Beispiel eine ganze Schlacht irgendwie da. Die Autos erstmal zusammen zu bekommen. Wir haben jetzt 1 zu 6. Die sind Gott sei Dank fertig. Wir warten heute. Oder ich beziehungsweise warte heute auf diese eine Figur noch. Auf die 5-0-Einfeld-Filmgeschichte da. Es gab ja Filmtrupps im Zweiten Weltkrieg. Die unter Einsatz ihres persönlichen Lebens die Geschichte gedreht haben. Auch nachgedreht haben. Aber auch wenn es richtig gerumst hat. Also wenn wirklich die Einschläge da waren. Lief die Kamera. Und haben aber wirklich eine ruhige Hand dabei. Also bei Feuergefecht. Film wissen wir ja wie heutzutage die Leute da rumwackeln. Dort wackelte nichts. Deswegen fragt man sich. Sind die gestellt oder waren die nicht gestellt. Für die sogenannte Wochenschau. Unser 1 ist nach 1948 geboren. Und hat damit überhaupt nichts am Hut gehabt. Seit über 50 Jahren. Also in den 70 Jahren Frieden. Davon 60 Jahre verlebt. Davon 50 Jahre jetzt so geistig, körperlich es miterlebt. Man hat sich weder über irgendeinem, keine Ahnung, es war jedenfalls hier nicht, überhaupt nicht. Weder Nazi oder Figuren oder man hatte zwar Kriegsspielzeuge als Jugendlicher, aber war mehr so Bundeswehr. Heute kommt man kaum an die Bundeswehr heran. Weder 1 zu 6 oder in anderer Variation. Wenn dann nur halt den zweiten oder den ersten. Und den kann man dann halt. Wir haben über vier Meter Stacheldraht als Modell sozusagen bekommen. Nicht scharf, steht da drin. Not sharp. Ist aber wie Stacheldraht gemacht. Vier Meter lang kann man jetzt also da alles, muss man noch tüfteln mit Hölzern, daraus Stahl und so weiter, damit das nachher etwas aussieht. Und das sind Szenarien, die wir nachbauen, weil es halt Spaß macht, das nachzubauen, irgendwie die Zeit irgendwie umzubekommen und sich damit identifizieren. Aber nur hiermit, da bin ich ehrlich, da bin ich also nicht so zufrieden mit. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube auch kaum, dass ich einen Modellbauer hier hätte, der solche Figuren hier bauen würde und muss gucken. Also sobald ich die Lupenbrille habe mit 20-fach Vergrößerung, werde ich da nochmal reinschauen und gucken, ob ich die zusammenbauen werde. Weil Plastik ist super. Wir haben ja gerade gesehen, wirklich wunderschönes Plastik. Also sehr schön gemacht. Ja, und da jetzt Hand anlegen, ihr wisst ja, die Nasen abschleifen und dann nachkolorieren. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Da überlege ich mir noch. Ich weiß nicht, so ein Bausatz da, 50 Euro. Lieber eine Figur, 50 Euro, hab ich nicht gesehen. So, wenn die andere Figur da ist, mache ich ein Package-Video, einmal auspacken, dann dürft ihr die auch sehen. Dann schaue ich sie mir mit euch dann an. Wir haben sehr viele Modellbauer, die uns diese Figuren bauen. Kerngerüst, Körpergerüst. Dann bestellen wir halt den Schauspieler als Kopf nach. McDam zum Beispiel, wenn der mal in irgendeiner Rolle war, dann wird der Kopf auf diesen Körper gesetzt und dann die Filmkluft dann genäht und dann auch angezogen. So, das macht unheimlich viel Spaß und soll auch weiterhin Spaß machen. Darum haben wir den Modellbau ins Leben gerufen. Auch Star Wars Modellbau. Gut, die meisten Kunden mögen Ravel, Ravel soll ich schon sagen. Ravel nicht, aus dem Wundau immer. Sie mögen irgendwie das Plastik nicht von Ravel. Die Bausätze, sie mögen halt Italie, aber Italie macht ja auf Zweiten Weltkrieg meistens. Und die RC-RT-Diaramenhersteller machen gute Sachen, wirklich gutes Plastik, gutes, guter Mörtel-Nachbildung und so weiter. Auch hier Gips-Nachbildung, Relief-Nachbildung, Resin-Nachbildung ist schon okay. Auch diese 3D-Bauer, die halt mit 3D arbeiten, uns die Kunststoffköpfe liefern. Ja, und die setzen wir dann auf diesen Rumpf auf und machen daraus unsere Geschichten, unsere Film-Diaramen. Und demnächst werden einige Diaramen dann, das klappt nicht so, mal eben so, ist viel Arbeit. Und wir zeigen sicherlich auch zwischendurch, wie wir da Hand anlegen an diese Ware, an die Diaramen. Aber bis die dann fertig sind und wir die dann abgelichtet haben, das dauert noch ein bisschen, möget ihr ein bisschen Geduld haben. Also, willkommen beim Modellbau. Erster und Zweiter, weltlicher Krieg. Dann bei den Römern, Ägyptern und halt bei Star Wars. Ja, ich freue mich natürlich, jeder der hier reinkommt, ich habe schon viele Tipps, ich habe schon viele Tipps und Tricks bekommen, wie ich wunderbare Farben zusammen mische, wie zum Beispiel Raucheffekte oder halt Rosteffekte erzielt werden. Weil besonders Rost an Maschinen, Motorrädern, da wo es am heißesten ist, der im Auspuff und der alles vorne, der Zylinderkopf und so, wenn man da ein bisschen bemalt, aber da brauche ich halt diese Brille, weil ohne diese Brille bekomme ich es nicht hin. Ja, ne, also das geht nicht. Und Pinsel alles schon da, jetzt warte ich nur, welche Farben ich kaufen werde, die halt das beinhalten. Als Amazon-Verrückter bestellen Sie mir dort sicherlich. So, ich bedanke mich, das Zuschauen war nicht allzu viel, ich warte jetzt noch ein paar Minuten auf die Post und sobald er da ist, geht es hier weiter. Ja, und dann war der Clip auch sicherlich dann wieder zu Ende. Dann zeige ich euch vielleicht noch einen kurzen Ausschnitt aus der Sache, wie die dann im Schaufenster stehen werden. So eine kleine Mini-Geschichte, eine kleine Diarama, ein Wechseldiarama, ein nicht fest montiertes Diarama, das geändert werden muss. Man kann, ich arbeite nur noch dran, ich will nicht unbedingt diesen 1 zu 6 Panzer haben, das Riesending da, ist nicht so leicht heranzukommen. An einen Kraftwagen, MAN, oder beziehungsweise Opel Blitz LKW, 33, 44er Baujahr. Ihr wisst, 1 zu 6 ist eine Rieseneinheit. Könnte man vielleicht im RC-Bereich bekommen, aber ab 7, 8, 900, 1200 Euro nur da hinzustellen. Unser Panzer ist schon alleine von weit über 600 Euro, 15 Kilo schwer, war schon eine Wahnsinnsausgabe. Weil, kann, oder ja, ist kein Sammler in der Nähe, der jetzt unbedingt diesen Panzer hier hätte haben wollen. Und wir verschicken ja nichts, wir haben auch kein Online. Das ist also nur zum Ansehen. So, ich bin wieder weg, bis gleich. Dann zeige ich euch die Figur, wenn sie heute kommt. Äh, richtig, wurde nämlich gerade gefragt, deswegen erscheine ich hier nochmal. Hallöchen! Hallöchen! So neu ist es nicht, seit 2010 machen wir das mit dem Diorama. Diorama. Und da eine Frage gestellt worden war, diese Figuren werden nicht geklebt, die werden gesteckt. Bandai hat so ein Stecksystem. Natürlich Kabukia ist ja auch ein Stecksystem, was auch zusammengesteckt die Figur erstklassi 1 zu 12 gut ausschaut. Jetzt versuchen wir es halt mal mit Bandai. Und, äh, wie gesagt, ist ziemlich filigran, das Ganze. Die ersten haben wir zurückgeschickt, weil der Kunde, jetzt haben wir gesagt, die hier behalten wir selber. Ähm, da, ich hab mir da einige Sachen angeschaut, man kann die Figur also umstecken, deswegen ist so viel drin. Man kann sie also mal, äh, so, mal so, mal so. Ähm, warum an sich bin ich der Meinung, man sollte immer nur eine Figur in so einem Case und dann macht man die fertig und dann hat man die als Standmodell. Dann kauft man sich halt das nächste Modell, das nächste Modell, weil, ähm, immer alles abmachen, wieder neu dran machen, nur damit die Figur anders aussieht. Für zu Hause, im Regal, hm, muss nicht sein. Hier, hier, wie gesagt, vor Ort, natürlich ist klar, da kann man natürlich wunderbar machen. Da kann man verschiedene Diorama herstellen und machen. Und dann, äh, ist, äh, die Thematik im Schaufenster natürlich auch anders. Wir haben, äh, gerade erfahren, dass George Lucas sich mal wieder da so, äh, den Direktoren des Films einmischt und sagt, ey, Leute, die Jedi müssen so sein, die Jedi müssen so ausschauen. Die Jedi ist wahrgehalten, ne? So, George Lucas lässt die Finger auch nicht. Er mausert also auch gerne erzählt oder fragt, ey, Leute, habt ihr nicht mehr Interesse, das mal so zu machen? Ähm, so ist es bei uns auch. Wir haben Diorama, wir bauen Diorama. Wir versuchen, die Sachen zu bekommen, nicht mit Revell richtig. Revell müsste geklebt werden, sieht da nicht so gut aus. Ähm, wir versuchen das im englischsprachigen Raum, äh, zu bekommen, die Ware. Ich warte jetzt gerade selbst, deswegen schaute ich gerade hier, wenn ich einen gelben Wagen sehe, DAL. Ich warte, wie gesagt, auch auf eine Figur, eine Cost, Costum, Figur. Ähm, die wird extra hergestellt. Wir haben eine haben wollen und die wird dann von jemandem hergestellt. Wirklich, zeige ich euch nachher, soweit die kommt. Ich warte drauf. Irgendein Postwagen wird ja wohl mal hier halten und mir die Figur bringen. Und dann werde ich sie euch zeigen. Und dann könnt ihr euch die dann mal anschauen, ähm, wie filigran die gearbeitet wurde. Wie wird Hand genäht, ob Koppel und so weiter und so fort. Und so ungefähr ist es ja auch bei Bandai. Bandai hat die wirklich gut verarbeitet. Und wenn man die gut austrennt, dann hat man also auch nicht so viele Sachen, wo man nacharbeiten müsste oder nachschleifen müsste. Weil die werden an sich nicht bemalen. Grüße. Da sind wir. Manche Kunden wundern sich immer, okay, ich sehe sie nicht immer sofort, weil ich hier im halb Medienraum bin. Also hier ist der Medienraum, da drüben ist der Kopieraum, wo die Leute dann selbst arbeiten können. Also wie gesagt, die staunen dann immer. Und dann kommt man natürlich bedingt dadurch, weil wir hier Videoclips machen, beziehungsweise ich jetzt hier so ein Videoclip mache, auch angesprochen werde per Internet oder, wisst ihr ja, per SMS oder Twitter oder sonst wie. Also die Elektronik, wir sind Industrie 4.0, das bleibt alles. Seit 2010 haben wir Filmfiguren und Theater. Und wir machen Dioramas, die Dioraman machen wir nicht mehr, weil Dias, richtige Dias, fotografiert kaum noch einer. Jetzt sind wir auch die Dio, deswegen muss ich mal aufpassen, wie ich das ausspreche. Die Diorama, Star Wars und so weiter. Und jetzt im Moment halt D-Day, 2. Weltkrieg, 1. Weltkrieg, da die Grabenkämpfe. Wir haben mit Krieg nichts zu tun. Krieg auf Star Wars ist von Menschenhand gemacht, von Menschenhand ausgedacht und von Menschenhand durchgeführt. Das sind Themen, das sind Geschichten, ob die Römer, ob die Ägypter und das alles, das sind Themen, die wir dann auf Diorama umsetzen, mit Gipsplatten arbeiten, mit Plastik, die Bäume dazu, wir suchen aus Themen aus. Wir haben auch gerade so ein Miniaturthema bekommen, der 30-jährige Krieg zum Beispiel, da waren ja Plünderungen und alles. Das macht ja auch Spaß, diese Figuren, die da mit diesen Kluften des 17., 16. Jahrhunderts bekleideten Sachen da, die also auch so eine Endenfeder da an ihrem Hut haben, der hochdrapiert und so weiter. Wir hatten auch Indianer Cowboys bzw. Indianer und die 7. Cavallerie hatten wir also auch schon im Auftrag und dazu brauche ich demnächst eine Brille, eine spezielle Lupenbrille, weil da klappt alles nicht mehr. Wir haben zwar Lupen auf unsere Pinsel und damit dann gearbeitet, aber das wird zu schwer. Man hat die Lupe da auf diesem Pinsel, aber das wird zu schwer und weil man sich da bewegt, hat man das nicht mehr im Auge. Okay, somit haben wir das jetzt, machen wir das anders. Ich warte, wie gesagt, auf die Lupenbrille und dann habe ich die Figuren richtig schön und kann die also auch richtig schön zusammen machen und dann sehen die auch dementsprechend aus. So, da wir viele Auftragsarbeiten hatten, haben wir uns gesagt, jetzt machen wir das selber für uns und die stellen wir dann aus im Schaufenster, 3x3 Meter, kann man sich wunderbar die Dioramen ansehen, auch die Einzelfiguren. Gestern waren einige Nachfragen, ja, fast jede Figur ist zu haben, auch die Bösen, die richtig Bösen. Es muss nicht immer das Wähler oder ein Destruper sein, es kann er auch, den Namen sage ich jetzt nicht. Den Herrn aus Österreich, 1889 geboren, bis 1944 war der dann da am Umwerke. Wie gesagt, die können wir dann auch besorgen, ja. In 1 zu, egal, 1 zu 6 ist super teuer, aber ist machbar. Ja, regulär 1 zu 35 werden dann auch filigran angemalt, nach Themen, ja, werden die dann, zum Beispiel D-Day, kann man dann in Themen setzen. Man kann die Amerikaner, wie sie anlanden, in Szene setzen oder halt oben die Herrschaften, die da versucht haben, die Amerikaner in Schach zu halten, was aber nicht funktionierte. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Es hat nicht funktioniert, wir sind heute befreit, Gott sei Dank. Deswegen haben wir ja auch Star Wars und wir arbeiten mit Star Wars. Und da ist ja auch die Befreiung nicht wahr. Und hierüber spricht kaum einer, über die Rogue One Geschichte. Wie gesagt, die anderen Rogue One habe ich euch gezeigt, jetzt habe ich euch halt den gezeigt, der zusammen gesteckt wird. Ja, richtig, Kabukia ist besser, weil er verstärker, auch die Druckknöpfe stärker, das ist hier ein bisschen sehr filigran, ein Fehler. Da muss man doch nachkleben, das wäre natürlich nicht so gut. Gut, aber die ist machbar, man braucht halt ein paar Gegenstände, Pinzetten, um das aus und dann was anderes. Also man kann die bauen. Ich bin der Meinung, man sollte immer nur eine Figur und nicht zig Figuren in einer Figur, weil es dann, ne, sollte nicht sein. Okay, der nächste ruft, macht's gut. Karton gekommen, DHL. Das ist eine Custom-Figur, die jetzt gleich erscheinen wird. Die wird exklusiv immer hergestellt, man sucht sich die aus, ich hätte gern. Und wenn er die dann umsetzen kann und er hat sie umgesetzt, macht er diese. So, das ist eine Unikatfigur, ich weiß, was jetzt dabei rauskommt, hat nichts mit Star Wars zu tun. Diese hatte ich mir aber besäubert, weil 501 drauf stand. Und ich hatte mich verwundert, 501, dann habe ich mir die Geschichte über die 501 mal angesehen. 501 WW2, Zweiter Weltkrieg, deutsche Einheit, die gab es wirklich. Die 501 Film-Akteure, hatte ich ja drüber berichtet. Wie gesagt, habe ich mir jetzt gemacht. Er hat sich wirklich wieder viel Mühe gegeben. Die werden extra hergestellt, deswegen ist man die auch so einzeln geändert. Mit Rechnung versteht sich, mit Anleitung, wer er ist, oder OHK-Ausbildungsfilm. So hießen sie, Bataillon 501. Ja, Filmberichterstatter der PK, wird also ziemlich fein alles gemacht. Und obendrein wird auch diesbezüglich da gemerkt, die Figur nochmal beschrieben. Zwei Seiten. So waren die damals unterwegs. Das war die 501. Kriegsberichterstatter, Kriegstyp. Da wird noch eine Figur kommen. Aber jetzt habe ich erstmal die hier machen lassen. Freut mich auch, dass die endlich angekommen ist. Hat ein bisschen lange gedauert. Auf dem Weg, Kamerad. Danke recht herzlich. Wie gesagt, wunderbar. Warum mögen wir diese Figuren? Gut, diese Figuren mögen wir. Diese Figur ist, wie gesagt, selbst hergestellt. Auf Wunsch. Die werden nicht gemacht. Warum mögen wir die? So, noch einmal. Krieg wird von Menschen gemacht. Da betappe ich nichts am Hut. Aber, schaut euch mal die Schuhe an. Beziehungsweise die Stiefel, die Knorpelwächer. Gut, die sind jetzt so ein bisschen aus Plastik. Aber wunderbar vernäht. Ja, so. Hat zwar so eine Art Kackstellung, aber egal. Ja, ist also Ausbildungsfilm. Ja, wunderbar die Gesichtsform. Die Mütze, die abnehmbar. Kann man auch einen Helm drauf nehmen. Er ist halt auch Ritterkreuzträger und hat auch das Abzeichen. Diese, auch Hemd, hat ein Hemd an. Er hat also nicht sofort trakten Überkörper wie andere Figuren. Auch filigran hergestellt. So, diese Figur könnte ich mir jetzt andere Hände bestellen. Ja, ich könnte mir hier andere Hände bestellen. Aber diese Figur ist jetzt eingetroffen als Filmemacher. Ja, der dreht jetzt hier den Film. Die Figur kommt jetzt gleich in die Ausstellung. Dann habe ich endlich das Diorama, so wie ich es haben wollte. Den sogenannten Filmmacher. Ja. Der dann halt die Kamera hat. Die ist eine richtig gute Kamera dabei. Ich versuche euch den auch schon mal zu zeigen. Also, auch die Kamera ist wunderbar, ja, wunderbar zusammengebaut. Ich will hoffen, dass man, ja, das Kabel kann man sehen. Also, ist wunderbar nachgebaut. Sieht sowas von echt aus. Das macht so viel Spaß, damit zu arbeiten. Wie gesagt, wir machen ja Filmfiguren nach. Und soll auch dementsprechend so sein. Sogar das Dreibein, wo die Kamera aussieht, ist erstklassig verarbeitet. Ist natürlich Plastik, ist klar. Aber wirklich echt. Sieht wirklich echt aus, ja. Macht also Spaß, das jetzt als Diorama im Schaufenster stehen zu haben. Daran arbeite ich jetzt gleich. Das werde ich jetzt gleich fertig machen. Bällegehorsam, euer Captain Rex bedankt sich an OKH-Ausbildungsfilm Bataillon 501. Ja, das waren die sogenannten Wochenschau-Redakteure. Und unter ihrem Einsatz ihres Lebens haben die da die Filme gedreht. So lustig würde ich das auch nicht empfehlen. Ist ein Unikat. Ich bin stolz drauf, ihn zu haben. Wie gesagt, wir lassen noch mehr Unikate herstellen. Für Diorama, um gewisse Themen abzubilden. Themen aufzubauen. Noch einmal. Hat nichts mit Krieg zu tun. Krieg ist aus den Köpfen der Macht. Die machen sowas, ja. Auch der Herr aus Österreich hat dieses gemacht. Ja, aus seinem Kopf raus. Aus welchem Grund auch immer. Er etwas verstört war. Ich seien wir, nicht mein Bier. Ich möchte halt nur Diorama haben. Ich möchte halt sowas haben. Weil mir gefällt sowas herzustellen. Die Kamera hier oben aufzusetzen. So passt. Muss man nur vorsichtig mit umgehen. Diorama, Filmkamera. Jetzt geht der Film ab. Jetzt geht's los. Und so wird die Geschichte jetzt im Diorama-Fenster dargestellt werden. So, jetzt hab ich's. Muss ich nur vorsichtig mit umgehen, wie gesagt. Damit nichts kaputt geht. Ist auch richtig schwer hier der Kasten. Ist also nicht einfach so ein Billigkasten. Gut, den kann man jetzt noch nachmalen. Ja, kann man noch richtig so malen, dass er wirklich aussieht wie ein Kasten. Es ist ein Kasten. Aber wenn es auch ein Holzstück ist. Ist aus dem Holzstück gearbeitet. Aber auch die, auch die, auch dieses hier ist richtig nachgearbeitet. Mit einer Lasche. Mit einer Lasche dran. Ich versuche näher ranzukommen, um euch das zu zeigen. So, das war mein Videobeitrag über Kasten. Und das alles, wie sowas hergestellt wird. Ich bedanke mich total recht herzlich. Und ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Und könnt hier eure Arbeiten machen. Ihr könnt mitarbeiten an eure Dioramen. Farbe nacharbeiten. Wir haben auch viele neue, handbemalte, kolorierte. Wir haben auch Dioramen an der Wand hängen. Die nur Unikate, die auch er ist hier ein Unikat. Er ist ein Unikat. Den kriegt ihr nicht mal so. Könnt ihr ruhig googeln. Viel Spaß dabei. Den kriegt ihr nicht. Die könnt ihr nur herstellen lassen. Und ob ihr die nochmal baut, weiß nicht. Müsste ich ihn fragen. Die ist, wie gesagt, nur einmal gebaut worden. Und auch er, genau hinschauen, ist ein Schauspieler gewesen. Genau, ich weiß jetzt nicht, wer es war. Müsste ihn nachfragen. Hallöchen. Einfach ran. Einfach ran. So, dann begrüße ich euch nochmal, um die Figuren besser anmalen zu können, filigraner. Extra so eine specialige Brille besorgt. Ob ich damit schon zufrieden bin, weiß ich noch nicht. Weil ich sehe ja jetzt gar nichts. Aber hier vorne sehe ich jetzt wunderbar. Ja, so ein bisschen klasse sogar. Ihr seht mich nicht. Ich sehe euch auch nicht. Aber das Schöne an der Geschichte ist, dass man hier auch noch Licht anhat. So. Jetzt kann man im Dunkeln da ein bisschen rumblödeln. Aber durch das Licht kann ich jetzt hier wunderbar, weil wegen meiner Nägel habe ich sie nicht gekauft. Ist klar. Aber ich kann da wunderbar, könnte ich jetzt meine Figuren damit bemalen. Also willkommen beim Basteln bzw. Modellbau. 1 zu 6, 1 zu 9, 1 zu 16, 1 zu 18, 1 zu 32 und 1 zu 35. So, wie gesagt, gerade getestet. Vor laufender Kamera. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, gab es für 3 Euro, mit Versand für 8 Euro. Ist okay. Wenn damit die Figuren demnächst gut ausschauen. Bandai braucht zum Beispiel keine Lupe. Dafür gibt es eine größere Lupe. Also ist alles da. Ich möchte euch begrüßen zum Modellbau ab September. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt ihr rein. Es wird alles besorgt. Nicht nur Lupen. Lupeneinheiten, so wie die hier. Lupeneinheit wie diese hier. Mit Licht. Nicht schlecht gemacht. Die Batterien sind überall erhältlich. Ziemlich stark sogar. Also, klasse. Wenn man dann die Figuren damit bemalen kann. So richtig schön filigran. Die 1 zu 35, 1 zu 78, 1 zu 48. Da benötigt man doch schon Lupe, um das wirklich wunderbar zu machen. So, Modellbau. Wir machen natürlich nicht nur Star Wars. Wir haben uns jetzt so auf Bandai eingeschliffen. Und Revelle nicht so. Es gibt auch schon den neuen AT. ATW6. Den man schön zusammenbauen kann. Wir haben da einen Briten. Also, der in England so einen kleinen Laden hat. In diesem kleinen Laden kann man halt nur solche Sachen bekommen. Auch Diaram. Er baut auch Diaram. Das ist eine tolle Geschichte. Wir machen das halt auch. Wir bauen hier Diaram. Demnächst Star Wars Diaram. Die wir dann euch vorstellen werden. Jetzt im Moment halt wegen 75 Jahre Stalingrad. Stalingrad, 75 Jahre Stalingrad, 500.000 Menschen sind dort niedergekommen. Und der Herr aus Österreich meinte nur, das sei eine Armee. Was denn sonst? Brauchen wir eine neue? So lustig war der Typ halt wohl doch nicht. Hat man ja gesehen. 75 Jahre Stalingrad, 500.000 Menschen nicht mehr vorhanden. Muss also nicht sein. So was. Auf keinen Fall. So. Wir gehen aber bei Star Wars. Krieg der Sterne. Und versuchen dann, den Diaramen zu bauen. Und die Figuren nachzuarbeiten noch ein bisschen. Wir haben da oben handbemalte noch. Die wir auch noch mal nachkolorieren werden. Deswegen werden jetzt verschiedene Lupen geholt. Nur mal Mikro-Lupen. Oder richtige Lupen. Damit man da so richtig schön arbeiten kann. Freihändig arbeiten kann. Und trotzdem alles sehen kann. So richtig schöne große. Ein richtiger toller Arbeitsplatz wird eingerichtet. Wo man dann richtig mit Airbrush arbeiten kann und so weiter. Es wird sich da wieder vieles ändern. Die Star Wars Lounge hat sich aufgelöst. Denn 40 Jahre Star Wars ist nun vorbei. Wir arbeiten jetzt dran. In 10 Jahren bauen wir dann nochmal die Star Wars Lounge auf. 50 Jahre Star Wars. Da haben wir sicherlich irgendwelche tolle Exponate. Bis dahin haben wir auch sicherlich tolle Diaramen gebaut. Ihr seid wie gesagt immer total herzlich willkommen hier im Modellbau. Beziehungsweise Hobby und so weiter. Und Elektronik. Und wir hier nicht alles so anbieten. Lasst euch sehen. Lasst uns über gewisse Sachen philosophieren. Und einige Maltechniken ausprobieren. Um Figuren vielleicht noch filigraner zu haben. Filigraner zu zeigen. Unsere Ausstellung da im Schaufenster wächst auf. Ist auch eine Figur dazugekommen. Jetzt arbeiten wir noch an eine Figur. Die halt auch noch zu dieser ORG gehört. Also zu dieser Filmgruppe des Zweiten Weltkriegs. Beziehungsweise der Wehrmacht. Des Wehrmachtsfilms damaliger Zeit. Damit dies eine richtige Geschichte wird. Und diese Geschichte kann man dann immer verändern. Jetzt sind hier halt zwei Fahrräder. Also zwei Fahrradsoldaten da unterwegs. Die da gefilmt werden. Und später sicherlich mit Motorrad. Oder halt mit LKW. Oder halt 1 zu 6 Warnsitzpanzerer. Das dann als Diorama in Szene zu setzen. Umso größer man wird. Umso größer wird auch das Drumherum. Also Berge würden ja dann auch riesig werden. Dann gehen wir lieber runter auf 1,35. Dann ist der Berg nicht so groß. Dann ist das im Verhältnis. Zwei Bunkersysteme sind schon gekommen. Reichlich Ruinstädte sind gekommen. Die wir noch zusammenstellen müssen. Als Diorama. Und das dann immer wie gesagt zu gewissen Zeiten. Ob nur Stalingrad. Ob nur der 6. Juni. Oder halt den Offensive. Irgendwie so hinzustellen. Und dann natürlich auch Star Wars in Szene zu setzen. Weil in Tatooine. Tatooine ist ja wohl einfach. Weil überwiegend Sand. Und die anderen Städte da. Endoran. Da braucht man natürlich viel Wiese. Viel Wald. Viel Gehölz. Um das da bei Endor in Szene zu setzen. Also die Schlacht um Endor. Tatooine ist klar. Haben wir gerade genannt. Ja. Das war es auch schon. Bin wieder weg mit meiner super Lupe. Und die schrieben auch. Wenn sie damit nicht klarkommen. Haben sie ein schönes Accessoire. Dann sieht das dann so aus. Na ja. Als Accessoire möchte ich es nicht haben. So zum Arbeiten ist es super. Muss ich sagen. Ja. Wenn ich dann da so malen kann. Ja doch. Könnte ich malen. Ja. Kommen wir hin. Ansonsten wird es nicht noch eine andere Lupe. Wie soll ich. Ein ganzer Arbeitsplatz wird gemacht. Ein sogenannter Modellarbeitsplatz wird gemacht. Ja bis dahin fällt noch viel Wasser in den Rheinrohr. So bis dahin wünsche ich euch alles. Viele gute baldige September. Und im September machen wir sicherlich andere Clips. Ja oder gar nicht. Ciao.